Einen wunderschönen guten Abend, liebe Leute hier auf Twitch und auch allen, die später sich das Video im Nachgang anschauen. Willkommen zum neuen Stream hier auf dem Musiklaber-Allianz-Twitch-Kanal und schön, dass ihr alle Mann am Start seid und uns auf einen schönen kleinen, sehr interessanten und sehr aufschlussreichen Abend sicherlich begleiten werdet. Denn, wie ihr wisst oder wie ihr schon sehen könnt, tatsächlich bin ich nicht alleine hier im Podcast-Studio, sondern habe mir illustre Gäste besorgt, denn die Jungs von Sloppy Joes, beziehungsweise zwei Drittel davon, einmal Jesse Guerin und Johnny Angel. Einen schönen guten Abend euch beiden nach Hamburg. Schönen guten Tag. Moin, Moin. Also sagen wir erstmal hier Prost, ne? Wir haben auch ein kleines Getränk hier. Ja, cheers. Schön, dass wir dabei sein dürfen. Das war auch auf jeden Fall eine der längsten Anmoderationen, die ich je gehört habe. Ja, was das angeht, deswegen, bei uns ist immer das Laber in Musiklaber-Allianz, ne? Wisst ihr ja, wie das funktioniert. Ja, was soll ich sagen? Erstmal, wie gesagt, Grüße Richtung Hamburg. Tatsächlich jetzt die zweite Hamburger Band in drei Wochen. Ich weiß nicht, ob ihr Jungs vielleicht sogar kennt, die Jungs von Hardbone hatten wir vor zwei Wochen. Ja, klar, mit denen haben wir auch schon zusammengespielt und die haben ja quasi so einen kleinen Rekord bei euch aufgestellt und wir versuchen natürlich heute alles dafür zu tun, den Rekord zumindest einzustellen. Also so viel zu quatschen, so viel Wörter pro Minute rauszuhauen, dass wir das ganze Ding nochmal toppen. Obwohl wir noch zu zweit sind, aber da ist Potenzial. Das wird dann Zweiteiler. Ich war bei der Folge echt am überlegen, machst du Zweiteiler oder machst du nicht? Meine Güte, man sagt ja immer, so eine gute Podcast-Folge, am besten irgendwo zwischen einer Stunde und anderthalb, ja, okay, schade, knapp. Hat ganz gut geklappt, aber ich muss persönlich sagen, wenn man generell mit Leuten spricht, bin ich immer sehr, sehr dankbar dafür, wenn Leute gerne und viel erzählen wollen, auch so ein bisschen aus Band-Historie und auch aktuelles natürlich, was dazu gehört und von daher bin ich da immer sehr, sehr dankbar für, weil man erfährt auch immer vieles. Das wollen wir heute gerne wiederholen und machen ja nicht nur den Livestream und auch das VOD, sondern starten auch gleich noch in eine quasi Podcast-Folge. Die aufmerksamen Twitch- und YouTube-Zuschauer kennen das hier bereits tatsächlich. Euch habe ich es im Vorfeld schon mal so kurz erläutert. Und ja, würde auch sagen, dass ich gar nicht lange großartig rumschwafel, also nicht mehr als sonst in der Vormoderation und würde sagen, wir gehen direkt in die Podcast-Folgenaufzeichnung. Also, wie besprochen, nicht wundern, dann fangen wir mal gleich an. Ist das Ding an? Einen wunderschönen guten Tag, liebe Podcast-Zuhörer hier auf dem Musiklaber-Allianz, auf dem Musiklaber-Allianz-Podcast-Kanal. Eine neue Folge, Folge 100, jetzt muss ich überlegen, 63 mittlerweile. Und ich bin nicht alleine heute, denn ich habe mir wieder einmal zwei Gäste eingeladen. Ich freue mich sehr, dass sie da sind, der Johnny und der Jesse von den Jungs von Sloppy Joes aus Hamburg. Schönen guten Abend, schönen guten Tag. Moin, moin, moin. Schönen guten Abend. Jo, für alle Hörer, die es nicht wissen, wir zeichnen immer mittwochs abends auf, deswegen nicht wundern. Also, wenn ihr jetzt morgens irgendwie reinschaltet, nein, ihr habt nicht verschlafen, ist alles gut. Ja, Sloppy Joes, warum sind wir überhaupt hier? Das ist immer so die erste Frage und die kann ich ganz einfach beantworten mit Schnickschnack. Wer bei uns schon ein bisschen länger unterwegs ist und auch im Sommer dabei am Start war, weiß, dass wir uns ja dieses Jahr auf dem Schnickschnack-Festival-Läden durchaus umtriebig zeigen durften. Also, ja, Besuch, Moderation à la Casting-Couch, wie du es gerade schon gesagt hast. Und dazu auch noch Videoaufzeichnungen. Also, wer die ganzen Bilder zu dem sehen möchte, worüber wir gleich alles so sprechen, so ein bisschen, was in Läden passiert ist, der möge tatsächlich bei uns auf dem YouTube-Kanal mal reinschauen. Da gibt es eine Menge zu sehen. Und würde erstmal tatsächlich damit starten, Jungs. Wie gesagt, auf Schnickschnack-Festival haben wir uns ja kennengelernt. Und war ja schon mal so eine sehr illustre Geschichte und vor allem auch eine ziemlich abgefahrene Hitzeschlacht am Ende des Tages. Ja, war so gefühlt der heißeste Tag des Jahres, würde ich sagen. Und ja, hat mega Spaß gemacht. Also, wir wussten nicht, was uns erwartet. Wir haben sowieso diesen ganzen Sommer nur Festivals gespielt, auf denen wir noch nie gespielt haben. Und Schnickschnack ist tatsächlich eins der Highlights gewesen. Definitiv. Ja, hat echt Spaß gemacht. Ja, es ist, ich muss gestehen, für mich war es auch das erste Mal. Also, ich hatte da das Glück, tatsächlich auch mit der Orga-Crew im Vorfeld mal so ein bisschen zu unterhalten. Ich habe das Schnickschnack-Festival vom Namen jetzt mal gehört vorher, hier aus der Region. Waren jetzt tatsächlich, oder hatten bis jetzt noch nicht die Gelegenheit gehabt, mal selber uns so anzuschauen, was da los war. Und was mir so aufgefallen ist, zum einen erstmal eine sehr, sehr, sehr krasse Zuschauerzahl einfach. Für das kleine Eck zum einen irgendwie über knapp 1000 Leute, die da insgesamt auf dem Gelände waren. Was ja etwas langgezogener war, aber durchaus sich dann doch verlaufen hatte. Und vor allem waren die Leute auch extrem, extrem krass drauf und extrem gut auch drauf. Also, da war schon richtig Rambazamba los. Ja, vor allem so früh, ne? Also, das war, glaube ich, auch frühestes Lot, den wir hier... Nee, der zweitfrühestes Lot. Ja, ja, wir waren schon mal früher dran. Wir haben es mal 8 Uhr morgens. 8 Uhr, ja. Ja, 8 Uhr gespielt. Das war ein Erlebnis. Aber das war auch schon relativ früh und die Leute waren schon gut drauf, ja. Einige waren auch sehr gut drauf. Also, die waren wahrscheinlich zu früh schon zu gut drauf. Die lagen dann nämlich draußen vorm Eingang bei den Sunnies auf der Wiese. Einige. Man darf ja auch die Hitze nicht vergessen. Ja, genau. Die Sonne war einfach zu krass. Das hat nichts mit Getränken zu tun. Das war die Sonne, ja. Genau das war das tatsächlich, was ich auch so ein bisschen befürchtet hatte, nachdem ich den Wetterbericht gesehen hatte. Und war tatsächlich auch eine Sache, die wir immer wieder tatsächlich auch betont hatten. Der Micha von Mucke spricht soziale Grenzen. Und meine Wenigkeit, wir durften ja die Moderation da so ein bisschen machen, dass sie die Umbaupause ein bisschen weggelabert haben. Was auch ganz gut geklappt hat. Und auch das war mir tatsächlich auch schon ein Anliegen zu sagen, hey Leute, trinkt auch mal ein Wasser, trinkt auch mal, was weiß ich, eine Cola oder sonst irgendwas. Aber nicht nur euch Bierchen reinzimmern, weil das geht irgendwann in der Buchse, gerade bei den Temperaturen. Die Augur-Crew, die hat ja auch schon dafür gesorgt, da hingen ja so Netze und allen drumherum dran, dass so ein bisschen mehr Schatten noch kriegen konntest. Dass die Leute sich auch mal ein bisschen in den Schatten stellen konnten. Aber ja, was ihr schon sagtet, der ein oder anderen hat die Sonne dann doch ein bisschen gestochen, glaube ich. Das muss auch krass gewesen sein, also dieses Netz, das sah so ein bisschen nach Army aus, irgendwie Army-Tarn-Netz. Aber das war ja nur im hinteren Bereich und immer wenn die Leute vor die Bühne gekommen sind in den Pit, da war, glaube ich, Schmelztiegel. Also da war irgendwie, ich weiß ich nicht, gefühlt 80 Grad vor der Bühne. Das war definitiv Hot Stuff. Ich habe noch gesagt, wir hatten da noch Schwein gehabt oder das Glück, dass wir wirklich viel hinten saßen, eben auch mit der Couch und mit dem Pavillon und alles. Und alter Falter, die Leute sind natürlich auch steil gegangen. Ich meine, klar, zum einen, ihr habt auch mega geile Stimmung gemacht, das ist auf jeden Fall aufgefallen. Klar, okay, Homebase natürlich, klar, Heimspiel für Civil Courage, die dann da richtig Gas gegeben haben. Und ja, im Prinzip war der Schlusspunkt, aber halt irgendwie um 7 oder 8 Uhr, glaube ich, haben sie gespielt, JBO dann zum Schluss als Headliner. So, die Leute, du hast genau gesehen, die Leute haben da alles gegeben, aber die waren auch froh irgendwo, in Anführungszeichen, wenn dann fertig war, dass sie sich erstmal wieder in den Schatten verkrümeln konnten. Weil der eine oder andere doch echt alles und noch viel mehr gegeben hat. Das ist so. Ja. Aber es war cool. Es hat echt Laune gemacht. Und wir wissen ja nicht, wie lange es noch geht. Das war jetzt das 10-jährige Jubiläum. Ich weiß, nächstes Jahr ist schon ein Termin wieder bestätigt. Richtig. Aber wer weiß, vielleicht tauchen wir da in geraumer Zeit irgendwann auch mal wieder auf. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Also wir sind gespannt. Wäre auf jeden Fall eine feine Sache tatsächlich. Ist für uns leider Gottes schade, dass wir nächstes Jahr nicht dabei sein können, weil es eine ziemlich unglückliche Terminkollision damit gibt, mit einem anderen Festival. Auch hier aus der Region, wo wir auch dieses Jahr, sag ich mal, unser Unwesen getrieben hatten. Und zwar fällt das leider zeitgleich mit dem Bruch oben eher in Bippen tatsächlich. Beziehungsweise im Kettenkampf heißt es ja. Das ist natürlich ein bisschen schade gelaufen. Ich habe mir sagen lassen, auf dem Schnickstack soll auch wohl, also das muss der Headline, muss wohl ein riesengroßer Name sein mit dem Termin, mit der terminischen Geschichte. Mal gucken, was da kommt. Und leider schade, da sind wir dann beim BOA dann tatsächlich zugegen. Aber mit höchster Wahrscheinlichkeit, ich will da jetzt nicht zu viel verraten, aber es kann durchaus sein, dass wir uns an dem Tag dann doch zufällig wieder über den Weg losgehen. Ganz ehrlich, ich habe dieses Jahr so viele Zufälle erlebt in dem ganzen Ding, was Musikfestivals angeht. Ich rechne mit allem und mal gucken, was passiert. Ja, vom Festival kennengelernt, was soll ich sagen, bevor ich jetzt da groß einen langschwafel, erzählt doch mal so ein bisschen, stellt euch doch mal so ein bisschen vor, wer ihr seid, für alle, die euch nicht kennen. Und einfach mal so ein bisschen grob, mal so mit wem die Leute es so zu tun haben in Bild und auch in Ton im Podcast. Ja, fangen wir doch mal an. Wir sind, wie gesagt, Sloppy Joes aus Hamburg, Rockband aus Hamburg, ich bin Johnny Angel, spielt Bass, Jesse Guerin, Gitarre, Gesang. Ja, und unser Schlagzeuger ist heute nicht dabei. Das ist ein bisschen kleiner, der ist hier unten. Da sind wir heute nur zu zweit. Ja, der hat auch kein Mikro gekriegt. Aber im Moment ist es tatsächlich so, wir haben als Trio angefangen und unser langjähriger Schlagzeuger Patsy Davy, mit dem wir zwölf Jahre lang großartige Konzerte gespielt haben, hat tatsächlich letztes Jahr im Herbst die Band verlassen. Und aktuell sind wir immer noch auf Schlagzeugersuche, haben aber coolerweise so viele coole Drummer in unserem Netzwerk, dass es kein Problem für uns war, die Shows zu spielen jetzt im Sommer. Wir sind aktuell mit einem Session-Drummer unterwegs, der auch Schnickschnack gespielt hat, Sandy Rode. Ja, und so gesehen, aber natürlich würden wir uns irgendwann freuen, wieder in voller Besetzung, beziehungsweise wieder ein zu hundertprozentiges drittes Bandmitglied zu haben an der Stelle. Genau, also geht auch raus an alle da draußen, bewerbt euch, wenn ihr Bock auf den Job habt. Ich wollte gerade sagen, alles, was in und um Hamburg kommt, direkt mal auf Facebook, Insta, Webseite, überall, Brieftaube, einfach mal euch anschreiben, wer Bock hat. Es ist auch tatsächlich so, also wir haben jetzt im Herbst noch vier Konzerte, inklusive unseres Heimspielkonzerts in Hamburg. Und dann ist erstmal bis März wieder Pause und dann geht es wieder neu los. Also unser Ziel ist es schon, zum Ende des Jahres dann tatsächlich den neuen dritten Mann an Bord zu haben und voll einzuarbeiten. Aber wer Interesse hat, könnt ihr auch gern, also wer von euch ein Interesse hat, kann auch gern eine E-Mail an drums at sloppy-joes.de schicken. Siehst du, das ist, also ich sag mal, ist immer ein Novum, wir haben viele Novum oder Neuigkeiten, neue Dinge ausprobiert, aber dass wir jetzt neuerdings auch schon, Muckervermittlung ist nochmal anders. Man weiß ja nie, wer zuhört oder zuschaut und vielleicht klappst du auf jeden Weg. Ist so, auf jeden Fall. Unfassbare Zufälle, aber um es nochmal abzurunden, wir sind tatsächlich nicht verzweifelt, weil wir ja, wie du ja auch beim Schnicksal-Questival gesehen hast, absolut live spielfähig sind. Also letztendlich ist alles cool, aber wir haben noch nicht den perfekten dritten Mann gefunden. Also wir sind da auch echt tatsächlich, haben auch einen sehr hohen Anspruch, das muss man dazu sagen. Also es ist natürlich nach zwölf Jahren zusammen immer die gleichen Leute, ist das natürlich eine neue Herausforderung, dann jemanden zu finden, der da in die Fußstapfen treten kann. Ich würde sagen, es ist ja ganz normal, das muss ja auch passen und man geht sich ja auch im Optimalfall, wenn man auch mehr unterwegs ist oder so, geht man sich ja auch oft genug auf den Geist sozusagen, weil man ja auch viel, viel dann reist und unterwegs ist. Und da muss das auf jeden Fall passen, auf jeden Fall. Genau, aber jetzt haben wir schon, weil wir waren ja gerade in der Vorstellungsrunde. Richtig. Ich würde da ganz gern noch, gerade für alle Leute, die uns jetzt das erste Mal sehen oder das erste Mal hören, nochmal ein bisschen ausholen. Also wir haben tatsächlich angefangen 2011, haben uns dann zu dritt in unseren Proberaum eingesperrt und wirklich die ganze Zeit Songs reingeprügelt, geprobt, wie die Bekloppten sozusagen. Also wirklich uns Zeit genommen, das zu perfektionieren, das was wir tun auf der Bühne und haben dann 2013 angefangen, eine Secret Show in Hamburg zu spielen. Also es war ein geheimes Konzert. Keiner wusste, dass wir dort spielen. Das war auf einer Party in Anführungsstrichen im Indra Musik Club. Der Indra Musik Club ist neben dem Grünspann in Hamburg und das ist tatsächlich der erste Live-Club, in dem in Deutschland die Beatles gespielt haben. Oh. Das erste Mal. Okay. Also es ist halt wirklich, steht unter Denkmalschutz, ein ganz alter, cooler Live-Musik-Club. Und da haben wir dann unsere Secret Show gespielt und haben wirklich drei Stunden Mauerfeuer gemacht. Also alles rausgehauen, was wir hatten zu der Zeit. Und das ist extrem gut angekommen. Das war richtig geil. Und dann haben wir schnell eine EP aufgenommen und haben Ende 2013 die EP veröffentlicht und ab da ging es dann auch los tatsächlich mit Konzerten. Und dann haben wir so im Abstand von drei Jahren immer die weiteren Veröffentlichungen gemacht. Also dann 2016 kam unser Album Eight Reasons to Rock. 2019 das Album Devil's Music. Da ist leider so ein bisschen die Promo in die Büchse gegangen, Corona-bedingt. Also wir hatten da eine Tour geplant für das Album 2020. Und 2020 ist ja hinlänglich bekannt, dass da eigentlich nichts funktioniert hat. Also wir mussten die ganzen Konzerte entweder nochmal ein, zwei Jahre verschieben oder absagen. Ja, und dann haben wir 2022, also nochmal drei Jahre später, auch um diese ganze Corona-Geschichte so ein bisschen abzurunden, einfach nochmal ein Live-Album rausgebracht, was wir bei einem Release-Konzert ein paar Jahre vorher aufgenommen hatten. Und noch eine Single. So, und ja, jetzt haben wir so roundabout 200, 250 Konzerte bisher gespielt und sind einfach im Modus und freuen uns jetzt natürlich auf alles, was noch kommt. Genau. Wäre ja jetzt, wenn man jetzt die Mathematik macht, wäre es ja so, dass dann 2025, also nächstes Jahr dann wieder was in der Pipeline ist, oder? Ja, unbedingt. Also deswegen muss das jetzt mit dem Drummer auch mal ratzpatz, ne? Ansonsten müssen wir es selber einspielen. Aber irgendwas werden wir auf jeden Fall raushauen 2025. Ja, irgendwas kommt. Definitiv. Lasst euch überraschen. Wie ist denn generell so, wenn ihr ins Studio geht, wie seht denn eure Studio- oder Studioarbeit, beziehungsweise das, was da vorher ja schon passiert, so dieser kreative Prozess, wie schaut der bei euch aus so? Wie ihr sagt, okay, let's go, setzt ihr euch dann wirklich hin und sagt, okay, jetzt geht's los? Oder ist das was, was sich auch im Laufe der Zeit immer wieder mal so ein bisschen, wenn die Inspiration zuschlägt, sag ich mal? Also es ist tatsächlich so, dass wir das, was wir im Studio machen, das ist vorher schon live gespielt sozusagen. Also es ist wirklich so, dass wir die Musik, wir gehen nicht ins Studio und sagen, wir machen jetzt ein Album, setzen uns hin und dann überlegt ihr, was könnte man machen, wie wir das zusammenbauen und dann gleich aufnehmen. Nein, wir haben das mindestens im Proberaum bis zum Erbrechen durchgeprügelt, weil wir die Musik eben auch bewusst so aufnehmen wollen, wie wir sie live spielen würden. Und das war tatsächlich bisher immer so. Also wir proben die Dinger erst als Band so ein, dass wir sie live spielen können und dann gehen wir ins Studio, um sie aufzunehmen, die Sachen. Oh, spannend. Hat auch den Vorteil, dass wir dann tatsächlich live so klingen, wie auf dem Album. Also das ist ja heutzutage auch wirklich bei ganz vielen Bands, wenn man jetzt auch gerade moderne Produktionen sich anguckt, gängige Rockbands aktuell, dass die unfassbar krass ausproduziert sind mit hunderten von Spuren, die krassesten Backing-Tracks und irgendwelche Keyboards, gedoppelte Gitarren und so weiter. Und dann siehst du die Band auf der Bühne und es klingt auch einfach ganz anders, weil sie natürlich diesen Sound dann auch nicht auf die Bretter bringen können. Und uns ist es einfach wichtig, weil sie einfach auch selber für diese Bands brennen, also selber für diese Live-Bands brennen, wie ACDC, wie Iron Maiden, wie KISS, also Bands, die wirklich auch ihren unverfälschten Sound auf die Bühne bringen, dann ist uns eben wichtig, das genauso zu machen. Also wenn wir selber merken, wir klingen genauso, wie wir klingen wollen, dann merkt das das Publikum auch und dann springt auch der Funke schneller über. Aber gut, lustig, dass du das ansprichst, weil tatsächlich wäre das so ein bisschen mein Einhaken auch gewesen bei der Live-EP tatsächlich, wo ich doch dachte so, okay, Live und Platte ist jetzt nicht so weit voneinander weg. Auch das, was ich natürlich auch im Schnickschnack gehört habe, was jetzt leider Gottes dem Terminplan so ein bisschen geschuldet, also Luxusproblem, war natürlich leider nicht alles wahr. Aber das, was ich gehört habe, das passte schon so zusammen. Und du hast es gerade ganz gut gesagt. Auch wenn ich jetzt Bands zum Beispiel komplett neu irgendwo das erste Mal höre, gut, erstmal muss es mich live überzeugen, muss mich live, muss mich das hucken, also ich jetzt persönlich in meinem Falle. So, dass ich dann sage, okay, die haben jetzt live mir so die Fresse poliert, auf gut Deutsch. Okay, was ist mit denen? Was können die auch, wenn die live schon überzeugen, dann muss das auf Platte ja auf jeden Fall Minimum ja genauso geil sein. Oder andersrum gibt es ja auch genug, die mal über Alben stolpern. Ich sage jetzt mal heutzutage, Spotify und Konsorten ist ja nichts Neues, dass das auch mal einfach irgendwo reingespült wird, so als Vorschlag oder wie auch immer. So, dann hörst du die Mucke, was du auch gerade sagtest, bist dann aber total desillusioniert und enttäuscht, weil das nur ein Bruchteil von dem ist, was du da zu hören bekommst, wo du auch denkst, ja, okay, toll, schade, scheiße. Ja, das ist unser Prinzip, wo wir nie was aufnehmen, was wir nicht auch live so rüberbringen können. Finde ich einen coolen Ansatz. Also live, erstmal live direkt schon spielen und machen, um dann es erst aufzunehmen, habe ich jetzt so auch noch nicht so oft gehört. Also tatsächlich so, dass mir das berichtet worden ist. Finde ich ganz spannend. Es ist ja auch so, wir haben bei unserer Setlist, wir haben noch lange nicht alle Songs aufgenommen, die wir tatsächlich live spielen. Das muss man dazu sagen. Also wir haben so 30, 35 Songs insgesamt in unserem Set. Also wenn wir wollen, können wir vier Stunden spielen, fünf Stunden spielen. Aber haben noch gar nicht alle Songs tatsächlich aufgenommen. Aber für uns ist einfach auch live am wichtigsten. Studio ist zwar cool, macht Spaß irgendwie, aber letztendlich, wir lieben diese Interaktion mit dem Publikum. Wir lieben es, die Musik irgendwie anderen Leuten zugänglich zu machen und nicht über irgendwelche Streaming-Dienste oder Tonträger, sondern einfach direkt. Weil live auch immer so geile Sachen passieren können. Also du hast es ja beim Schnickschnack auch mitbekommen, da spielen wir den Song dann auch gerne mal zehn Minuten, wenn er auf Platte nur drei Minuten ist. Wenn es sich anbietet irgendwie. Wenn der Groove passt. Wenn das passt, wenn die Leute passen und die abgehen, dann... Manchmal entscheidet das Publikum, wie lange wir den Song spielen. Also das ist wirklich witzig. Und das ist witzig. Und um da nochmal kurz einzuhaken. Ich war vor kurzem, also gerade letzte Woche, durch Zufall auf einem spontan Akustikkonzert eines US-amerikanischen Sängers. Ray Dalton heißt der. So ein Soul-Rock-Pop-Sänger. Und der hat da nur mit Akustik-Gitarre, also hat den Akustik-Gitarristen und hat selber gesungen. Und die haben nur auf Akustik-Gitarre vier Songs gespielt. So. Fand ich total geil, weil der hat eine grandiose Stimme gehabt. Das war super arrangiert. Und dann dachte ich danach, okay, das hat mich echt überzeugt. Jetzt führ ich mal ins Album rein. Dann habe ich ins Album reingehört und habe nach zehn Sekunden gedacht, scheiße. Hätte ich bloß nicht in das Album reingehört, weil das war komplett überproduziert. Krasseste Filter auf dem Gesang. Alles gedoppelt, Backings, mega arrangiert. Ich dachte so, ey, dieses rohe, authentische ist doch viel geiler. Das geht doch viel mehr ins Herz, viel mehr in die Seele, viel mehr in die Beine irgendwie. Und ja, wir sind da, ich glaube, es gab einfach so einen Wechsel in der Art und Weise, wie Musik produziert wird oder auch wie sie wahrgenommen wird. Also es muss alles laut sein, es muss alles komplett glatt sein, es muss alles verdichtet sein. Aber so dieses rohe, normale, authentische Life, das ist vielen Leuten gar nicht mehr so gängig im Kopf, was das überhaupt bedeutet, was das auslösen kann. Vor allem, was ich so traurig finde, weil ich persönlich, ich bin da voll bei dir. Ich meine, ich bin so ein bisschen, ich bin da bei dir grundsätzlich, ja. Es kommt aber so drauf an, wo ich sage, worauf habe ich jetzt Lust, was zu hören? Wenn ich sage, ich habe jetzt mal Bock auf was richtig abgefahreneres oder so. Ich sage jetzt mal in Metal-Richtung, ich sage jetzt mal Symphonic Nightwish, klar, dass du dann tausend Backings hast, dass du zig Elemente drin hast, ist auch wieder geil. Weil du sagst, du entdeckst immer noch was Neues und so, aber das ist dann das, wo du bewusst sagst, ich höre das jetzt, weil das eben generell so ist in dem Ding. Wenn du sagst, ich habe jetzt Bock auf einen richtig schönen, derben, dreckigen Rock'n'Roll zum Beispiel, dann höre ich mir eher, oder derben, dreckig in Anführungszeichen, dann höre ich mir was an, dann höre ich mir bei euch das an, dann höre ich mir, was weiß ich, Moto-Jesus an, Godsnake, auch nochmal an den Hamburger Jungs, Grüße gehen raus. Hier, ich weiß nicht, ob ihr die Jungs noch gesehen habt auf dem Schnickschnack-Ride at the Moonshine-Bar, da bin ich auch ganz großartig. Ja, die waren, die fanden wir richtig geil und wir fanden es auch tatsächlich schade, also die fanden wir richtig gut. Schade, dass die so früh schon, so früh erst gespielt haben, weil die hatten gespielt, als die Leute noch alle so halb im Verschlafen-Koma waren irgendwie. Ja gut, war ja Frühschoppen, ne? War ja, die Uhr ging es ja los. Aber Frühschoppen heißt auch eigentlich durchmachen und dann als Erster gleich da zu sein. Ein paar haben das durchgespielt, ein paar haben in der Nähe gekämpft, haben einen Tag vorher schon angefangen zu Gast zu geben. Aber es waren halt nicht alle. Nee, tatsächlich. Ride at the Moonshine-Bar, also die waren auch stilistisch sehr nah an uns dran, muss ich sagen. Also das war so richtig geiler, erdiger Hardrock. Also Grüße raus auch an die Jungs. Die haben uns richtig gut gefallen. Wir waren zu dem Zeitpunkt leider, weil wir wirklich danach nur noch eine Band hatten und wir dann dran waren, sozusagen waren wir Backstage. Also haben das leider nicht vor der Bühne gesehen, aber das war richtig gut. Das hat uns echt gut gefallen, definitiv. Ja, deswegen, das sind auch Lokal-Matadoren tatsächlich. Die Jungs kommen hier auch direkt aus der Region. Wer die Jungs nicht kennt, da gibt es tatsächlich auch eine Folge, da haben wir vor, boah, lass mich lügen, sechs Wochen müsste das her sein, auch ein Interview tatsächlich gemacht. Das war die Folge in der Rockkneipe. Da haben wir in der Rockkneipe aufgezeichnet. Das war auch ganz spannend. Inklusive VOD gibt es da auch. Also wer da mal reinhören möchte und sich fragt, was es hat mit der Band Aufsicht, dem seien diese Sachen mal ans Herz gelegt, an der Stelle bei uns aus dem Archiv. Und ja, also deswegen, da ist es halt auch so, die Jungs haben so richtig schön so 70s, 80s-Style, sag ich mal so. Und da gibt es richtig was auf eine Marmelade, ohne da großartig rumzueiern. Das finde ich, ja, sowas feiere ich halt auch. Wenn man richtig Bock drauf hat, dann geht das total an. Und auch eben, du hast es auch gerade schon mal gesagt, live. Live absolut tauglich und das muss live halt richtig fetzen. Ja, und was witzig war, ich glaube, das war der Sänger, der mit der Brille in den langen Haaren, irgendwie. Nee, der Sänger hat eine Brille, aber hat gar keine Haare. Ah, okay, nee, dann warst du der Gitarrist. Daniel, Daniel, ja, Daniel. Daniel was war das, ja. Das Geile war, als wir gespielt haben, hing der die ganze Zeit links, also nicht vor der Bühne, sondern an der Seite, die ganze Zeit mit der Nase direkt an der Bühne dran, als wir gespielt haben, die ganze Zeit geguckt. Und dann kam er danach auch noch an. Ich wusste allerdings nicht, dass er von der Band war. Also ich dachte, er wäre ein Zutauer gewesen. Aber das klärt sich ja alles auf. Also wir finden die richtig geil, coole Band, sollte auch unbedingt supported werden. Definitiv. Also da sind wir auch Fans von. Tatsächlich bei uns in unserem Streaming-Hintergrund haben die Jungs auch ihren Spot gekriegt, weil die haben da ihr Debütalbum Ende letzten Jahres rausgebracht. Also Grüße gehen raus. Wollen nicht zu tief da einsteigen, aber sowas erwähne ich halt auch sehr, sehr gerne, weil, wie du gerade sagtest, wenn der Stil passt und die Jungs sind auch ganz cool drauf, das ist dann schon, ist dann schon hundertprozentig. Auf euch. Wir kommen ja ein Stück weit zurück zu euch. Zurück zu euch natürlich. Deswegen sind wir ja auch hier heute. Ja gut, okay. Hat mir jetzt aber die Frage immer noch nicht so richtig beantwortet, wie bei euch es aussieht, wenn ihr euch ein Song schreiben macht. Interessiert mich ja trotzdem. Live, ja, aber... Wir haben ja, das haben wir ja gar nicht, haben wir so ein bisschen unter den Teppich fallen lassen. Wir haben ja tatsächlich als Konzeptband angefangen. Okay. Und am Anfang haben wir wirklich nur, ein paar haben wir gespielt beim Schnickschnack-Festival, am Anfang haben wir wirklich nur uns Songs vorgenommen. Also große Hits. Don't Pay the Ferryman von Crystal Burke oder Hot Stuff, Donna Summer, Delilah von Tom Jones, Love Really Hurts Without You von Billy Ocean. Also so richtig, richtige Radiobrenner von früher. und haben da so Hardrock-Versionen draus gemacht. Und zwar nicht einfach nur schneller gespielt und ein bisschen Gitarre, sondern so richtig mit Riffs dazwischen, also richtig neue Songs draus gemacht, wo wir im Grunde wirklich nur Text und Melodie sozusagen übernommen haben und das Gewand drumherum neu gebaut haben. So haben wir angefangen tatsächlich. Also das war dann auch so die Arbeit im Proberaum, die Songs zu arrangieren. Und die Ideen für die Songs, die sind auf unterschiedlichste Art und Weise zustande gekommen. Wir haben zum Beispiel einen Song, den haben wir auch beim Schnickschnack gespielt, Some Broken Hearts Never Manned, aber das kannst du ja auch gerne erzählen. Genau, von Telly Savalas, Kocek. War mal sein großer Hit irgendwann, glaube ich, in den 80er Jahren. Some Broken Hearts Never Manned und da haben wir eine coole Version draus gemacht. Drauf gekommen sind wir tatsächlich, als wir damals bei unserem Stammgriechen gesessen haben mit einer Flasche Uso. Und die immer leerer wurde und wir immer voller und uns dieser Song immer nicht ins Kopf ging. Warum auch immer, weil wir uns über Kocek und die Serien halt immer wirklich geil fanden. Straßen von San Francisco und ich quatsch. Dieses Einsatz in Manhattan. Einsatz in Manhattan, Kocek. Und dieser Song halt. Und dann haben wir angefangen, den Song da zu singen. Der Laden wird immer leerer. Ich weiß nicht, ob es an unserem Gesang lag. Und wir wurden immer lauter. Und wir wurden immer lauter und immer voller so. Und dann irgendwie haben wir gedacht, Mensch, lass uns doch einen Song draus machen. Das haben wir tatsächlich hinbekommen und den spielen wir tatsächlich immer noch jetzt in jeder Show. Er ist auf dem Allroom Devil's Music und das Geile war, also eine Usofleisch war leer und dann hat der Grieche, das ist auch ein Freund von uns gewesen, wir haben den zweiten komplett den Laden leer gesungen. Aber der hat gemerkt, dass wir Spaß haben und hat es auch mit der zweiten Flasche hingewiesen. Und so war der Song quasi oder die Idee geboren und dann ging es nur darum, da irgendwas Geiles draus zu machen. Ja, und der ist dann sogar auf Devil's Music gelandet. Genau, das ist das Songwriting der ersten Stunde quasi. Also es ist jetzt nicht am Reißbrett geplant gewesen. Es ist irgendwie so in den Sinn gekommen, ja, lass den nochmal machen. Coolerweise, das sind halt auch so Songs, die sonst keiner covert. Das sind diese Standardgeschichte, die die Top-40-Bands irgendwie machen, dass sie irgendwelche Hits sich raussuchen und die nachspielen, sondern wir haben uns bewusst eben dann auch die Songs rausgesucht, an die sich sonst eigentlich wenig Rockbands ranwagen, um da wirklich unseren eigenen Stempel drauf zu drücken. Genau, so ging es los. Und dann kamen nach und nach dann die eigenen Geschichten. Genau. Also dann war es wirklich so, also der erste eigene Song, der kam direkt, nachdem wir unsere EP 2013, also die erste EP, das waren wirklich diese arrangierten, bearbeiteten Cover-Versionen in Anführungsstrichen. Da ist auch tatsächlich Some Broken Hearts auch schon drauf gewesen. Also auf der ersten EP, Some Broken Hearts, das ist ein Song der ersten Stunde gewesen für uns. Und dann der erste eigene Song, das war eigentlich auch eher so aus der Laune heraus, da haben wir gesagt, ja, wir brauchen doch eigentlich nochmal so einen geilen Song, mit dem wir uns vorstellen. Also als wir angefangen haben, haben wir tatsächlich immer von Bodycount, Bodycount, ich weiß nicht, ob du Bodycount von Bodycount kennst. Geil, das ist ja richtig fantastisch. Den hatten wir gespielt bei unseren ersten Konzerten und den haben wir genutzt, um uns vorzustellen, als Band. Also die Namen zu nennen, irgendwie. Hatte der Wesen dann Sloppy Joes Johnny Motherfuckin Angel, T-Bitch und so. Hatte der Wesen statt Bodycount in der Haus dann Sloppy Joes in der Haus gespielt? Ja, logisch. Ja, so eine Art. Ja, geil. Das war der Gag. Das war der Gag, das ist ja geil so und dann kam aber so die Idee, ja Mensch, viel geiler wäre doch noch, wenn wir einen eigenen Song haben, bei dem wir uns vorstellen. Und dann ist das relativ schnell der Song Sloppy Joes geworden. Das ist dann so die erste Single gewesen. Also da ist es dann, da ist auch so ein Mittelteil drin. Ich weiß nicht, ob du den schon mal durchgehört hast. Da stellen wir tatsächlich in der Mitte uns auch komplett einmal vor. Und das ist dann, da haben wir gemerkt, das ist geil, das funktioniert, als wir den dann live gespielt haben mit den anderen Songs. Dann war es auch irgendwann so, dass die Leute gar nicht mehr gemerkt haben, ist das jetzt ein Cover-Song oder ist das ein eigener irgendwie? Das hat halt so alles zusammengepasst, weil wir ja den gleichen Stil fahren über alles, was wir spielen. Und dann haben wir so nach und nach das mit weiteren eigenen Tracks angereichert. Und mittlerweile ist das Set ja so 50-50 ausgeglichen. Wobei die Tendenz da ist, von Veröffentlichung zu Veröffentlichung immer tatsächlich noch mehr eigene zu machen. Also was mir musikalisch am besten gefällt, schrägstich am meisten aufgefallen ist, wir hatten es ja gerade gesagt, schon so ein Thema, wenn es mal ein bisschen derber sein darf, da feiere ich sehr, sehr den Lonesome Number One, feiere ich da sehr, weil ich einfach dieses brettharte Gitarrenriff am Anfang, was mich wiederum aber ein Stück vom, ich glaube, unbeabsichtigt, war aber vom Sound, also der Gitarrensound als solcher, eins zu eins, den den Wallbeat beim allerersten Album drauf hatten. The Strength, The Sound, schieß mich tot. 2005, 2005. Das war fast, das war fast der, fast der gleich, also teilweise, kurz mal, der fast der gleiche, gleiche Riff ganz kurz, der gleiche, gleiche Akkord oder so. Deswegen, da bin ich direkt hängen geblieben. Und dann war da noch richtig schön brachial und das Ding schiebt ja richtig durch von vorne bis hinten. Ja, der Witz ist, es sagen ganz viele auch, weil mein Gesangsstil sich ähnlich anhört, sagen ganz viele, dass wir irgendwie Wallbeat versuchen nachzumachen. Das ist völliger Blödsinn. Also soweit wollte ich es nicht treiben. Also mir ist das, der ist mir halt aufgefallen, weil das halt mich unfassbar daran kurz erinnert, weil der halt, wie gesagt, der Gitarrensound muss dieselbe Gitarrensound sein, keine Ahnung. Da habe ich gedacht, alter, krass, aber hat mir dann, weil dann merkt man ja auch recht schnell, dass es was anderes geworden wird, na klar. Aber wer es da brachialer mag, ich glaube, da ist man damit schon ganz gut unterwegs, würde ich sagen. Stimmt, und es ist eigentlich gar nicht der Wallbeat-Sound, sondern es ist einfach nur ein Marshall JCM-800 mit einem Sonic Maximizer, 19 Zoll-Gerät dazwischen und schon hat man so einen Sound. Damit angefangen, mit diesem Sound, lange vor Wallbeat, hat Annihilator aus Kanada, tatsächlich. Ach Gott, okay. Aber ist egal, entscheidend ist ja, dass es geil ist, wenn ein fetter Sound ist und abgeht so. Absolut, also das ist mir so halt beim Hören tatsächlich so am meisten rausgestochen, tatsächlich. Also wer es nicht kennt, ich weiß nicht, ob ihr da irgendwas Videomäßiges habt, auf jeden Fall. Ihr habt das auch, glaube ich, remastered nochmal. Warum eigentlich? Ja, wir hatten den auf unserem Album von 2016 rausgebracht, aber nicht als Single. Also da hatten wir zwei Singles auf dem Album und den spielen wir live immer. Also wirklich, der ist gesetzt, weil wir den einfach auch so geil finden. Und da haben wir uns gesagt, okay, das war jetzt auch kurz nach Corona, komm, lass uns den doch einfach nochmal als Single raushauen. Und da haben wir jetzt einfach die Zeit genutzt, den auch nochmal ein bisschen zu remasteren, also noch ein bisschen fetter zu machen, so ein bisschen bei dem Sound von Devils Music, weil wir das Album gerade rausgebracht hatten, anzugleichen so ein bisschen und haben ihn deswegen nochmal rausgehauen. Und es gibt tatsächlich bei YouTube eine ziemlich geile Live-Version, die wir 2016 gespielt haben von dem Song im Knuse in Hamburg. Also für alle, die unseren YouTube-Channel besuchen möchten, Sloppy Joe's Rocks, also YouTube Slash Sloppy Joe's Rocks, genau. Da wird schon eifrig getippt. Ja, ich hau den gleich mal direkt in den Chat auch rein, das sehen die Leute nämlich auch im VOD. Ah, okay. Also da siehst du unter Live müsste da Lonesome Number One 2016. und ist ja, sollen die Leute, die Leute können das tatsächlich ja später, wenn sie sich das Video nochmal angucken, dann sehen die nämlich, den Chat ist nämlich auch in dem Video quasi mit drin, das heißt du siehst auch die Texte entsprechend, was die Leute geschrieben haben und wenn daraus geschrieben worden ist und dann hau ich nämlich jetzt auch einfach mal eure Links da rein, dass die Leute euch auch finden mögen, auf allen möglichen, möglichen Plattformen, die es hier so gibt, die ich jetzt hier auch, die Schnelle auch finde tatsächlich, sei es auf jeden Fall mal empfohlen, also hier, ihr kennt das ja, Facebook, Instagram und alles, was dazugehört, auf jeden Fall mal vorbeischauen und da entsprechend auch da folgen, Interaktion ist ja heutzutage alles ganz wichtig und dem sollen, wollen wir natürlich dann auch uns nicht erwehren, also wie gesagt, für alle YouTube-Hörer, für alle YouTube-Hörer, sei schon, für alle Podcast-Hörer, youtube.de slash sloppyjoesrocks, facebook.com slash sloppyjoesrocks und wer hätte es erwartet, instagram.de slash sloppyjoesrocks. Yeah. Ja, instagram.com, da war ein kleiner Fehler drin, aber gut. Dotcom? Ah. Gut, dann machen wir da auch schier, perfekt. Ja. Wunderbar. Finde ich übrigens cool, dass ihr so, was das angeht, sehr konsistent seid, einfach immer grundsätzlich immer dasselbe, selbe Ending genommen. Ja, man muss immer vom User ausgehen, also immer den Perspektivwechsel schaffen, wer jetzt könnte vor dem Rechner sitzen und versuchen, uns zu suchen und wir haben, rückblickend, war die Wahl unseres Ben-Hams jetzt auch nicht absolut optimal, weil es gibt ja diesen Burger, also die aus den USA, der Sloppyjoes heißt und wenn du einfach nur bei Google Sloppyjoes eingibst, dann musst du dich erstmal durch drei Burgerseiten durcharbeiten, bis du dann bei unserer Homepage landest und deswegen, wir hängen da noch Rocks dran und hauen ein Wort raus, dass die Leute sich vielleicht merken können. In puncto Namensfindung, was die Band angeht, ja gut, klar, jetzt muss ich den Ball jetzt aufnehmen, wie viele Flaschen Uso waren es? Nee, sonst hast du gar nichts zu tun, also das, ich mach's ganz kurz, weil es ist so, dass diese Frage, die wurde uns noch nie gestellt, deswegen, du bist der Erste, der absolut Erste, der fragt, warum wir so heißen. Die Musiklaber-Allianz, investigativer Journalismus. Ja, 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 ich hab mal gut vorbereitet, definitiv. Es ist ja so, es gibt Sloppyjoes, es gibt die Bar in Key West, also in Florida, in der Bar war Ernest Hemingway, der Schriftsteller, der zum Beispiel Der alte Mann und das Meer geschrieben hat, Stammgast und hing da die ganze Zeit am Tresen, hat sich einen reingebraten. Dann gibt es wiederum, auch aus den USA, den Sloppyjoes Burger, das ist, also Burger ist sehr geschmeichelt, würde ich sagen, weil es ist einfach nur so eine Hackfleischsoße zwischen zwei Brötchenhälften. Sieht halt aus wie schon gegessen, aber schmeckt umso besser. Und dann gibt es noch ein Zitat aus einem alten Schwarz-Weiß-Film aus den 40er Jahren. Dieser Schwarz-Weiß-Film heißt Citizen Kane. Kennst du Citizen Kane im Film? Ich hörte davon. Du hörtest davon? Von Orson Welles. Orson Welles, ganz bekannter Filmemacher und Schriftautor von früher, Regisseur auch, der tatsächlich in den 80er Jahren noch mal kurzzeitig mit Manowall zusammengearbeitet hat. Okay. Und in diesem Film Citizen Kane, da ist es tatsächlich so, dass dort ein Zitat passiert. Und dieses Zitat berät sich um den Namen Sloppyjoes, beziehungsweise der Name Sloppyjoes fällt kurz. Und jetzt will ich gar nichts mehr dazu sagen, ich würde einfach nur die Hörer und Zuschauer bitten, leunig zu gucken, wo es Citizen Kane im Streaming gibt oder in der DVD-Thek oder Videothek gibt es gar nicht mehr oder bei irgendwelchen Händlern, Second-Hand-Händlern in diesem Film gibt, um dann herauszufinden, in welchem Kontext dieser Name in Erwägung tritt. Ja. Wunderbar. Ja, auf diese Burger-Geschichte tatsächlich, auf das, auf das Kulinarische, auf die Kulinarische Möglichkeit oder Herkunft, da bin ich ja tatsächlich, ich weiß nicht, ihr hattet das, glaube ich, gesehen, der eine oder andere Zuschauer, Zuhörer auch, das, ja, weiß ich nicht, auch da, es war eine Schnapsidee ohne Schnaps an der Stelle, die kleine Mla-Show, die ich da selber zum ersten Mal aufgezogen hatte, da ist dann das Thema, da bin ich ja im Prinzip so ein bisschen humoristisch auf jede Band mal so ein bisschen eingegangen, da war das ja auch so ein bisschen das Thema amerikanisch. Ja, ich weiß, ich weiß, genau, genau, das war das Vorbereitungsvideo zum Steckschlagfest. Genau, ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat, das war einfach nur ganz random, ich sag, irgendwas musst du machen, irgendein bisschen Quatsch, das passte so gut in den ganzen Kosmos irgendwie so ein bisschen und da ihr dann auch, ihr ja auch so Videospezialisten seid und ja echt coole, coole Videos macht, so gerade im Vorfeld von Veranstaltungen und so weiter, hatte ich mich tatsächlich dadurch so ein Stück weit animiert gefühlt tatsächlich. Durch Schnickschnack-Shirt wahrscheinlich, ne? Ganz genau. Ja. Und da hab ich gesagt, irgendwie musst du Quatsch machen und dann ging das auch los mit Gags schreiben und so ein bisschen und ja, ich fand's lustig, das war die Hauptsache. Das hat sich bei uns jetzt eigentlich auch erst so in diesem Sommer entwickelt, dass wir immer diese geilen Videos vor der grünen Wand machen. Ja, das war irgendwie ein Zufall. Wir haben angefangen, das sieht ja echt lustig aus und dann machen wir doch mal weiter. Jetzt sind es, glaube ich, schon vier oder fünf Videos, die wir da gemacht haben. Ja, das ist witzig. Das freut sich immer größerer Beliebtheit. Also wer das gerne sehen möchte, guckt auf unser Instagram-Account. Definitiv. Und überleg dann irgendwann so eine Compilation rauszubringen, die Green Wall, Best of Green Wall. Best of Green Wall. So aus 2024, dann so jahresweise und so weiter. Das klingt doch für nicht. Wir sind noch lange nicht am Ende, da kommt noch einiges. Ja, also 2025, wie gesagt, also ich will ja keinen Druck machen, aber es ist Zeit, ne, Freunde? Das ist ja immer noch 2024. Also 2025 ist noch nicht. Ja. Ein bisschen Luft ist noch. Ein bisschen ist noch. Nein, man giert natürlich immer auch ein bisschen nach neuem Material. Man ist ja immer neugierig so. Ist so ein Steckenpferd von mir hauptsächlich tatsächlich, wenn ich in Alben reinhöre, so ein bisschen Reviews und so ein bisschen meinen Senf dazu gebe. Was ich immer sehr, sehr spannend finde, ist, wenn du halt wirklich innerhalb der Alben so eine gewisse Entwicklung auch erkennst so ein bisschen. Jetzt nicht, dass einer das Rad neu erfinden muss, aber so ein bisschen, du merkst so, okay, ab einem gewissen Punkt irgendwann ist dann der Stil so ein bisschen gefunden worden und dann merkt man auch sofort, dass viele sich dann in diesem Stil dann erst anfangen richtig auszubreiten und dann richtig, dann kracht es erst richtig auf den Platten dann so ein bisschen und von daher bin ich immer sehr, da sehr, sehr neugierig und bin sehr gespannt, was da kommt und wenn da was kommt. Wenn das soweit ist, werden wir darüber reden, finde ich. Definitiv. Auf jeden Fall. Sollten wir auf jeden Fall tun. Ihr sagtet ja gerade schon so ein bisschen bei euch jetzt so Fifty-Fifty, ein bisschen was, ein bisschen Covern, aber auch natürlich auch eigenes Material. Wie ist denn so bei euch, wo zieht ihr so Inspirationen her? Dass ihr sagt, bestimmte Themen, die ihr anschneidet, einfach nur auch ein bisschen aus der Laune raus oder wie hat sich das bei euch so ein bisschen etabliert einfach, dass ihr dann sagt, yo, alles klar, wir gehen jetzt in diese Richtung und diese Richtung oder dass man sagt, ey, wir wollen, ich will unbedingt über dieses Thema einen Song schreiben, so wie entwickelt sich das bei euch so im Laufe der Zeit? Ja, also wir sind, das muss man sagen, also sieht man ja auch, wenn wir live spielen, wir verstehen uns als Unterhaltungskünstler. Also wir sehen uns jetzt nicht als politische oder religiöse Missionare, die irgendwie den Leuten etwas Neues darbieten müssen und deswegen halten wir es tatsächlich so wie ganz viele andere Rockbands auch, wir wollen einfach ein paar Geschichten erzählen dabei. Einfach ein paar coole Storys raushauen über alltägliche Dinge, über klassisches Thema, die Liebe immer, über, ja sozusagen, die Emotionen, die der Song selber schon durch die Musik repräsentiert, irgendwie dann auch in den Text einbringen. Also auf Devil's Music zum Beispiel, der Opener, Devil's Music selber ist auch ein bisschen, da spielen wir so ein bisschen mit diesem Thema Rock'n'Roll in den 50ern, da gab es ja so eine Gegenbewegung gegen den Rock'n'Roll, da gab es Priester, die auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, das ist die Musik des Teufels. Es gibt da sogar so ein geiles, so ein geiles, das habe ich jetzt leider nicht zur Hand, sonst würde ich das hier direkt einmal zeigen, es gibt sogar so ein offizielles Dokument, was in Zeitungen erschienen ist, dass Rock'n'Roll ist the Devil's Music, beware, und passt auf eure Kinder auf, lasst sie nicht mit dieser Musik in Berührung kommen, sonst passiert etwas Unheilvolles und so weiter. Damit spielen wir so ein bisschen bei Devil's Music, deswegen auch der Titel, es ist auch wirklich so, als wir den veröffentlicht haben und wir den auch hier und da auf senpigen Kanälen natürlich gepostet haben, ein bisschen über die Plattenfirma, ein bisschen Promo hatten, Facebook, auf Instagram und so weiter, es ist tatsächlich so, dass immer noch Leute darunter kommentieren, Musik gefällt mir, aber wenn es Teufelsmusik ist und mit dem Teufel zu tun hat, dann möchte ich mit dieser Band nichts zu tun haben. Wo ich dann, oder wo wir dann auch immer gerne antworten, ja dann hör, liest du doch mal den Text komplett durch, so, und dann wirst du merken, dass das hier satirisch gemeint ist, so, aber das ist, das ist dann auch wieder so ein Spiegelbild der heutigen Zeit irgendwie, die Leute nehmen sich einfach keine Zeit, um Text zu lesen, die lesen das Schlagwort und schon haben sie ihre Meinung und das ist, das ist, das ist ein Riesenproblem, finde ich, also da, gerade durch solche Dinger kommen ja auch diese ganzen, ganzen Shitstorms zustande, wenn jetzt irgendeiner eine Schlagzeile raushaut, dann reicht den Leuten die Schlagzeile, um darüber sich ihre Meinung zu bilden und sich darüber zu äußern, anstatt einfach erstmal was dann zu sacken zu lassen und die Information sich erstmal zu holen darüber. Ich zeig jetzt mal eben den Leuten, den Zuschauern auf Twitch mal eben, ich hab tatsächlich was gefunden, das ist so ein, so ein, so ein, dieses Rock'n'Roll is the devil's music, ich hab das tatsächlich gerade gefunden, wartet mal, das ist das alte Bild, okay, die Twitch-Zuschauern können sich ja leider nicht sehen. Ja, die Twitch-Zuschauern können sich das mal eben, mal eben anschauen. Also hier habt ihr jetzt halt, Rock'n'Roll is the devil's music, beware, the hypnotic voodoo rhythm, a reckless dance down the devil's road of sin and self-destruction, leading youth to eternal damnation in its fiery depths of hell. Ja, siehste, und fast von Winston Price gesprochen als Intro und schon hast du, wenn das keine Vorlage für ein Song ist, was willst du denn sonst machen? Verwalter, das ist ja, das ist ja ganz schlimm, das ist ja ganz schlimm, so wie ihr seid wieder drauf. Ich musste das mal eben kurz suchen, das war jetzt, das musste ich jetzt eben wissen. Also ganz, ganz wild, ganz, ganz, ganz wild. Aber das ist halt so das Ding, ne, also man muss einfach nur ein bisschen gucken, Augen aufmachen, es laufen einem so viele Dinge über den Weg, aus denen man schnell mal einen Song machen kann. Das ist halt ein gutes Beispiel dafür. Ja, schon kurios, ne, also, Wahnsinn. Jetzt bin ich gerade überlegen, so eure Gründungsstory, haben wir die gehört? Ich bin jetzt gerade nicht ganz sicher. Wie habt ihr euch denn gefunden eigentlich? So, wie kam das denn überhaupt zustande? kanntet ihr euch schon? Ja, man muss sagen, Hamburg ist ein Dorf, ne, obwohl es die zweitgrößte Stadt ist hier in Deutschland. Ja, und dann die Musikszene nochmal vielleicht ein bisschen kleiner, der nochmal ein bisschen unterteilt in die verschiedenen Genres und wir haben uns einfach über diverse Bands kennengelernt, Ach guck. Ja, wir hatten vorher ein anderes Bandprojekt tatsächlich, also eigentlich zwei nacheinander, zwei Bandprojekte. die sind dann, die sind dann so auseinander, ja, was heißt auseinander, ja, durch natürliche Selektionen haben die sich quasi von alleine erledigt und dann waren wir halt zu zweit und haben gesagt, okay, jetzt setzen wir alles auf eine Karte und geben nochmal richtig Gas mit dem Konzept sozusagen, also wir beide und dann haben wir eben Petsi tatsächlich ganz klassisch über eine Zeitungsanzeige gefunden. Ach, Quatsch, Wir haben mal gesucht und zack war er da. Ja, der ist genau zu der Zeit nach Hamburg gezogen und war sofort begeistert und das ging super schnell, also wir haben gespielt beim 3-4 Takt und wir wussten, das ist langfristig funktioniert das, ja. Spannender war es gar nicht, also danach waren wir wieder bei unserem Stammgriechen, das muss man dazu sagen. Ja, sicher, das nützt ja nichts und da muss man auch dazu sagen, da wäre Petsi fast direkt da schon wieder aus der Band geflogen, weil wir waren beim Stammgriechen, wir haben uns beide Weizen und Büro aus Pommes bestellt, er hat sich Gyros mit Reis bestellt und einen Rotwein und einen trockenen Rotwein. Wir dachten, mit wem sind wir jetzt hier gelandet? Scheiße, das gibt es doch gar nicht. Ich kann gut spielen, aber das ist ja, das ist ja nicht, mit dem kannst du ja nirgends wo hingehen. Aber das hat sich dann im Laufe der Zeit, also das Geile war, er hat trotzdem von uns, er hat trotzdem Gyros Pommes und Bier bekommen, die den gar nicht ernst genommen haben und dann war alles geregelt. Genau. Dann war alles geregelt und dann lief zwölf Jahre alles wunderbar und ja, das andere haben wir vorhin ja schon erwähnt. Ja, genau. Das ist klar. Da müssen wir auch nicht zu tief ins Detail gehen. Als ihr angefangen habt, ich meine, als Basser oder auch als Gitarrist, Schrägstrich Sänger, man fällt ja nicht um, es ist ja auch kein Meister vom Himmel gefallen am Ende des Tages. Wie war bei euch die Story? Musikschule oder selbst beigebracht? Also, äh, oder willst du zuerst, also ich kann auch, ich hab, mir geht's schnell, ich hab mir das tatsächlich irgendwo alles selbst beigebracht, also eine Musikschule hab ich noch nie von innen gesehen. Also ich hab tatsächlich Klavier gespielt am Anfang, also richtig lange, also fünf Jahre bis Chopin, also richtig anspruchsvoll Klavier sozusagen gelernt, als ich jung war und wollte dann, äh, aber unbedingt Rockstar werden. Das ist tatsächlich dadurch zustande gekommen, dass ich zurück in die Zukunft gesehen hab und Michael J. Fox Johnny B. Good hab spielen sehen. Das fand ich einfach so geil, so. Und dann, äh, hab ich mir eine Gitarre schenken lassen, ich hatte ja nicht die Kohle damals und bin dann, äh, tatsächlich zu einem Gitarrenlehrer gegangen und hatte mich aber schon vorbereitet und dieser Gitarrenlehrer meinte dann zu mir, du brauchst mich nicht, du kriegst das auch so hin. Also ich hatte genau eine halbe Gitarrenstunde und den Rest hab ich mir auch im Plätzchen selbst beigebracht. Das war auf jeden Fall eine sehr ehrliche Aussage dann am wenigsten, ne? Ja. Ja, also, gibt's nicht, ist nicht selbstverständlich. Also, die meisten wollen ja dann schon irgendwie ihre Kohle machen so, aber der war echt, war ein cooler Typ. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Einfach mal eben den Gitarrenlehrer mal eben kurz beeindruckt, alles klar, passt, tschüss. Bin dann mal weg. Auch geil, auch cool. Ähm, erinnert ihr euch mal so ein bisschen zurück auch so die Zeit, erste Platte und, äh, so ein bisschen, äh, in der Zeit erste Platte beziehungsweise generell so die ersten Songs, die da entstanden sind. Ich hab die Frage jetzt tatsächlich schon mal einigen Künstlern gestellt, hab das aber auch tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich beantwortet bekommen bis dato. Ähm, so das erste Album rauszubringen, beziehungsweise generell mit so einem ersten Set sich auf die Bühne zu stellen, ist ja durchaus dann schon was, wo man erstmal, ähm, schon mit sich auch eine gewisse Portion Mut auch braucht, weil man sagt, okay, ist das jetzt gut genug, ist das so? Ähm, wie war das so bei euch, wirklich wie viel Arbeit das war, wie viel Überwindung es sich auch gekostet hat zu sagen, jo, wir machen jetzt die erste Platte oder wir machen unseren ersten Live-Auftritt mit einem vollen Set, weil man sagt, okay, wir haben jetzt Zeug, was wir jetzt den Leuten zeigen können, wollen, oder ist das geil? Wie viel Überwindung kostet das? Überwindung, ähm, eigentlich gar nicht so viel, weil wir haben ja wirklich tatsächlich, sehr, sehr viel geprobt, ne, für die erste Show auch, wir hatten ja wirklich ein langes Programm, wir haben das wirklich, äh, bis zum Erbrechen geprobt und waren uns ziemlich sicher, dass wir uns da keine Gedanken machen müssen, wie wir das rüberbringen, du weißt natürlich nie, wie es ankommt, ne, deswegen hatten wir dieses Geheimkonzert, äh, auf diesem Geburtstag war es ja, glaube ich, ne, so ein Überraschungsding und, äh, da weißt du aber eigentlich erst, das ist ja auch mit jedem Song, du weißt erst, wenn du live spielst und er ankommt, ob er gut ist oder nicht und, ähm, das lief halt super, so, ne, und da wussten wir, ja, das ist, das ist der richtige Weg und aber so groß sich überwinden mussten wir uns eigentlich nicht, wir haben ja auch vor, alle schon in Bands gespielt, so, ne, wir haben ja alle Live-Erfahrung, ähm, das war jetzt nichts komplett Neues für uns. Ja, und es ist, es ist auch so, wir machen auch auf der Bühne keine, wie heißt das so schön, keine komplette Selbstdarstellung, sondern wir schlüpfen ja auch so ein bisschen in, in Rollen, also wir verstehen uns dann ja als Entertainer, so, und sobald wir auf der Bühne sind, das Licht geht an, dann sind wir im Modus, also da ist nichts mit, äh, Nervosität, da braucht es vielleicht zwei, drei Takte und dann sind wir komplett in der Show. Geil. So, und dann, dann wollen wir eigentlich gar nicht mehr runterfahren mit der Bühne und so war es erstaunlicherweise oder coolerweise, also wir haben, sind davon ausgegangen, dass es so wird, sonst hätten wir uns ja nicht auf die Bühne gestellt, aber es war coolerweise bei dieser ersten Show auch so, dass sowas von, äh, die Bombe geplatzt ist und der Funke übergesprungen, schon direkt mit den ersten drei, vier, äh, Sekunden sozusagen, dass das halt, äh, wirklich so eine Woge der Begeisterung war, die uns durch diese ganze Show getragen hat und wir haben ja wirklich drei Stunden da durchgeprallert, also wirklich drei Stunden Dauerfeuerkonzert, so als für den ersten Secret Gig, eigentlich schon ein bisschen übertrieben, aber es hat, es war halt geil so und, äh, also wir haben da schon einige Leute kaputtgespielt, war schon, war schon eine Ansage mit drei Stunden, ist halt immer so eine Sache, du musst halt auch ein bisschen gucken, ne, wie nehmen die Leute das auf und irgendwann ist es dann für viele auch dann zu viel, die können dann einfach nicht mehr, aber das war schon, war schon cool so, macht halt auch Spaß, so lange zu spielen. Ja, ist ja dann schon auch so ein Stück weit so ein Marathon-Set dann auch, ne, also drei Stunden, du merkst es aber tatsächlich erst dann irgendwie den, am nächsten Tag, wenn du es so gemacht hast, du bist ja so voll Adrenalin auch, dass du es dann tatsächlich erst mit in den Abend nimmst, mit in die Nacht und am nächsten Tag so, ach, waren doch drei Stunden, da merkst du es dann doch. Ja, das war, zu der Zeit war es auch so, also gerade weil Johnny es ja schon sagte, wir haben uns ja super intensiv darauf vorbereitet, also wirklich im Grunde über ein Jahr nur durchgeprobt und unsere Proben haben auch tatsächlich daran bestanden, dass wir das komplette Live-Set, also das Standard-Set, das waren zwei Stunden damals, dass wir das durchgespielt haben, Viertelstunde Pause und nochmal durchgespielt haben. Also immer so geprobt haben, als würden wir zwei Konzerte pro Abend spielen, pro Probe sozusagen. Das ist natürlich, hört sich, pass an, hört sich viel an, aber wir waren in so einem Rausch dann tatsächlich. Also wir hatten schon, während wir das erste Mal gespielt haben, haben wir schon Bock, das gleich nochmal zu spielen. und das hat einen einfach auch diesen Antrieb sozusagen nach uns erzeugt, dass wir da auf der Bühne genauso, also es ist ja auch so, also nichts ist ätzender, als auf die Bühne zu gehen und nach einer halben Stunde zu merken, oh, ich kann nicht mehr, meine Kondition ist durch, ich kriege die Töne nicht mehr, ich bin völlig am Ende, dem wollten wir entgegenwirken. Also wir wollten immer topfit auf die Bühne, damit wir im Zweifel einfach am Ende noch länger spielen können, als es gedacht ist. Also einfach so viel Energie, so viel Reserven auch auf der Bühne zu haben, damit es eine perfekte Show wird, ja. Krass, okay. Auch definitiv mal ein etwas anderer Ansatz, muss ich sagen. Also habe ich so jetzt auch noch nicht gehört, tatsächlich. Finde ich aber krass, also dass man sich quasi wirklich wie, ja im Prinzip sagt, okay, hey, wir bereiten uns wie auf einen Marathon vor, aber es wird vielleicht doch, nee, einen Sprint würde ich nicht sagen, aber es wird halt jetzt nicht die volle Distanz so, aber man ist da ready, keine Ahnung, aus Versehen, falls was passiert so ungefähr. Krass. Genau. Wahnsinn. Du probst die Songs ja quasi auf Autopilot, du hast es irgendwann so drauf, es ist das Gefühl, dass deine Hände spielen das irgendwie von alleine. Und wir achten auch sehr drauf, auch beim Proben, dass wir möglichst viel Live-Atmosphäre haben. Also wir spielen sehr abgedunkelt im Proberaum, auch so ein bisschen Bühnenbeleuchtung, dass du immer das Gefühl hast, du bist halt quasi eigentlich auf der Bühne. Dass der Unterschied zwischen Proben und Proberaum gar nicht so groß ist wie live. Es ist auch nicht so, dass wir dann irgendwie, wir spielen jetzt mal einen Song, dann setzen wir uns erstmal hin und trinken was, dann machen wir noch einen Song. Wir spielen dann schon das Set durch. Ja, cool. Wir stehen auch mit dem Rücken zum Publikum, nee, nicht zum Publikum, mit dem Rücken zum Schlagzeug. Das wollen wir auch demnächst mal ausprobieren. Ja, genau. Ja, das ist immer ein neuer Ansatz. Das ist ja ein Proberaum-Gig auf der Bühne. Ja, nee, aber pass auf, worauf ich hinaus wollte, das war so eine Überlegung, als wir unseren Proberaum eingerichtet haben, als wir losgelegt haben, ein Studio reingebaut und so weiter. Wir spielen tatsächlich, wir stehen vor einer Wand, also wir gucken zu einer Wand und das Schlagzeug ist hinter uns. Und wir hatten mal überlegt, ob wir irgendwie in Hamburg in die, hieß damals Colorline-Arena, also so eine große 15.000-Arena gehen und uns da einfach so ein geiles Bild, so ein Proberaum-Machen des fiatten Publikums sozusagen und das als Fototapete quasi an diese Wand knallen, damit wir das Gefühl haben, wir würden die ganze Zeit in so einer riesigen Halle spielen. Haben wir bisher noch nicht umgesetzt, aber ist immer noch ein Plan im Hinterkopf. Das ist ja auch eine Idee. Also den Ansatz, den Ansatz habe ich so, wie gesagt, den habe ich noch nie gehört, finde ich aber, feiere ich irgendwie, finde ich total geil. Weil andersrum ist es auch so ein bisschen seinen eigenen Kopf so ein bisschen zu täuschen, weil dann hast du, wie Johnny gerade sagte, da ist der Unterschied gar nicht so groß, ergo spielt sich auch nicht so die Nervosität dann irgendwie da eine Rolle. Genau, genau. Das ist auch smart, das ist total gut. Wir hauen jetzt hier tatsächlich ein paar Infos raus, die können andere Bands gerne adaptieren, aber wir lassen die natürlich schützen. Als Lobby-Joes-Probe-Therapie. Genau. Es gibt Leute, die machen mit deutlich, deutlich, deutlich schlimmeren Dingen deutlich mehr Geld. Also von daher, alle Bands, die gerne noch ein paar Tipps haben wollen, die Links habt ihr ja gesehen im Stream. Nein, finde ich, finde ich auch, wie gesagt, echt einen sehr, sehr spannenden Ansatz. Vor allem dann eben auch irgendwie so ein bisschen auf alles vorbereitet zu sein, einfach, das finde ich cool. Ist es denn auch so, wenn dieser Autopilot kommt, dass man dann auch mehr Zeit hat, dann die Leute auch so ein bisschen wahrzunehmen, die vor der Bühne dann entsprechend machen, weil du weißt, dein Spiel sitzt so gut und so fest, dass du dann auch mit Leuten die Interaktion richtig geil machen und auch genießen kannst? Genau, also genau das ist es. Also du bringst es komplett auf den Punkt. Also genau darum geht es, dass wir quasi die Musik von alleine laufen lassen, um uns dann volles, voll auf die Show fokussieren zu können. Und das ist, das bleibt ja auch beim Publikum hängen. Also es ist doch für jemanden im Publikum viel geiler, wenn du das Gefühl hast, der Typ auf der Bühne, der sieht dich und der will dir was lieben, anstatt einfach nur nach unten zu gucken und sich voll konzentriert irgendwie die Songs, durch die Songs zu kämpfen. Das ist nicht unser Ding. Aber das haben wir uns aber eben natürlich auch gerade bei diesen ganzen großen Bands abgeguckt, was ich eingangs sagte, wie Iron Maiden, ACDC, wo wirklich klar ist, die spielen das komplett blind irgendwie. Also die haben es im Blut und der Fokus ist tatsächlich darauf gerichtet, das Publikum mitzureißen. Vor allem, das passt auch zu dem, was man dann auch wirklich, was ich dann tatsächlich auch sehen konnte, dann auf dem besagten Schnickshack-Festival, weil man konnte sehen, als ihr losgelegt hattet, waren die Leute noch so ein bisschen gut, wie auch der Wetter geschuldet, natürlich war noch nicht so ganz so viel vor der Bühne los und ich sag mal, nach zwei, drei, vier Songs, man merkte dann, dann kamen die Leute und kamen die Leute dann so nach und nach und dann hattet ihr die Leute auch direkt am Wickel und dann ging es auch direkt los und dann wurde jeder Einzelne irgendwie daran geholt und angesprochen und mitgenommen und dann, ja, irgendwann war dann auch mal vor der Bühne doch ein bisschen deutlich mehr los. Das war dann schon ganz geil. Ja, das war richtig geil. Was dann natürlich schade ist, gerade, weil wir es ja für ihn sagten, wir spielen ja gerne lang. Ja, wenn du nur 14 Minuten hast, ist der Spaß dann meistens auch schnell wieder vorbei. Ja gut, das war cool. Also die waren ja wirklich am Ende waren sie mit der Nasenspitze direkt an der Bühne. Das war echt cool und das Geile war, dass auch danach, das war im Vorfeld, haben wir dann nicht mit gerechnet, aber das danach auch, als wir am Merch standen, es kamen so viele Leute an, die gesagt haben, dass es ihnen mega gut gefallen hat, dass sie es geil fanden irgendwie und also überall nur positives Feedback. Das war richtig cool. Das war echt toll. Das war lustig. Das war tatsächlich auch der Tenor, den ich auch tatsächlich wahrgenommen habe. Ich habe dann auch mit einigen Leuten gesprochen so im Nachgang natürlich, klar, alleine schon aus dem Ganzen, was ich bzw. wir so machen, natürlich auch die Neugier und auch das war tatsächlich, also viele sagten tatsächlich, bei einigen Bands, sag ich mal, aus dem Lokalen, kennt man dann natürlich auch so ein bisschen, also zumindest die Leute, die aus der Gegend kommen, den, ich sag mal, die Idiots und auch JBO, sag ich mal, da ist der Name, der schon extrem mitschwingt und viele haben also wirklich tatsächlich bestätigt, auch ihr wart tatsächlich die größte Überraschung von dem Abend. Also wirklich gesagt haben, okay, die kannten wir nicht, aber ihr habt da einen Gast gegeben, eben dieses Besagte, was ich gerade schon meinte, die Leute auch so ein bisschen zu packen und die Interaktion und all das und auch die ganze Show, die ihr da aufgezogen hattet. Da waren eine Menge Leute sehr positiv überrascht, weil sie wussten, wenn man natürlich euch nicht kennt, klar, weiß natürlich auch nicht, mit welchen Erwartungen gehst du da jetzt hin, was siehst du ja jetzt und da waren viele Leute sehr, sehr positiv überrascht und fanden es geil, wie ihr ja auch selber mitbekommen hattet dann vor Ort. Ah, cool. Das freut uns. Also Mission erfüllt. Nee, den Tino erfüllt. Nächstes Jahr müssen wir irgendwie wieder ins Emsland. Das nützt nichts. Ich denke, ich denke. Also die Leute, die Leute, die hier sind, das ist auch, das unterschätzen auch viele. Also die ganze Region hier, die sind schon, die sind schon, schon anders krass unterwegs teilweise. Also ich sag mal vorsichtig, auch die Jungs von Home Red Meat hatte die eingangs kurz angesprochen. Da turnt jeder teilweise auch nochmal in einer anderen Band wieder rum, tatsächlich in irgendeiner Form, was auch völlig nichts mit dem zu tun hat, was da passiert ist. Aber es ist einfach so, man ist dann so ein bisschen dieses Support Your Locals wird hier tatsächlich durchaus gelebt, das muss ich ganz klar sagen. Aber die Leute auch generell, wenn die losziehen, die haben einfach Bock, die Leute. Es hat in Lingen, ist auch ein Chapter von Metallity gegründet worden vor einiger Zeit zum Beispiel. Also da hat sich eine richtig große, große Gemeinschaft, eine richtig große Community irgendwie zusammengefunden mittlerweile. In den Wintermonaten, der alte Schlachthof ist eine Kultlocation hier in der Region. Da ist auch eine Menge los. Also da haben selbst, Bands wie In Extremo, die habe ich 2013, da sie spielen sehen mit 300, 400 Leuten, die da reinpassen. Überall, wo du bist, ist vorne. Solche Geschichten, da ist immer, die Bude ist in der Regel immer voll, wenn was Rock- oder Metal-mäßig da los ist. Da ist immer was los. Die Leute kommen, das ist einfach eine geile Szene, macht viel Spaß. Wird in Hamburg wahrscheinlich etwas größer mit Sicherheit auch da vorhanden sein. Ja, das ist genau das Thema. Also das freut uns mega. Das war vorher auch für uns gar nicht so, uns war das gar nicht so bewusst, dass im Emsland, gerade im Rock- und Metal-Bereich, also wir hatten zwei Wochen vor dem Schnickschnack in Ostfriesland gespielt, das ist ähnlich, da sind die Leute auch mega begeistert, dass so viel los ist, dass die Leute wirklich rausgehen und sich Bands angucken. Das ist nämlich, leider in Hamburg hat das dramatisch abgenommen in den letzten Jahren. Also nicht nur, dass viele Großveranstaltungen, die mit Rockmusik zu tun hatten, nicht mehr stattfinden, sondern auch im Hamburger Speckgürtel, kleinere Festivals, nach und nach aufgeben mussten, weil einfach kein Mensch mehr da hingegangen ist oder sich Tickets gekauft hat. Also Hamburg ist wirklich leider, was Rock und Metal angeht, auf einem ganz, ganz bitter absteigenden Ast. Ja, leider. Wirklich schade, ja. Also die großen Dinger laufen auch immer, da ist klar, da rennen sie alle hin. Logisch. Aber so etwas kleinere Sachen, so mal was ausprobieren, was man noch nicht kennt, das wird zunehmend schwierig. Zumal es ja auch zunehmend diese Läden gar nicht mehr gibt, wo es die Möglichkeit gibt zu spielen. Im Indoor-Sektor, im Indoor-Sektor wird es auf jeden Fall schwierig. Im Outdoor ist es halt praktisch, ich sage jetzt mal ganz doof, sobald du aus der Stadt raus bist, im Ländlichen, du hast halt auch den Platz und wenn die Leute, denen das gehört, dann einigermaßen mitspielen, hast du natürlich auch direkt, instant Möglichkeiten, dich auszubreiten. Da gehört das Bruchopen-Air dazu. Ich tituliere das tatsächlich ganz gerne so ein bisschen als, ja, so ein bisschen Wackenleid, weil recht ähnliche Voraussetzungen geschaffen sind. Das ist ein Hof, also das ist an einem Hof gelegen, mitten in der Karpaten, mitten in der Pampa. Also du fährst erstmal von der Hauptstraße, gefühlt noch drei Kilometer, irgendwo durch Feld, Wald und Wiesen und wenn du denkst, du hast dich verfahren, dann bist du da und hast dann die Bühne und auch das Infield in so einem Altholzbestand, also 100 Jahre Baumkreis, sag ich mal, riesig groß, Campground auf einem Feld und du hast rundherum nix. Da ist, du hast so viel Platz, dass da mehr werden kann auf Dauer, zum Beispiel. Du hast also, wenn das, das wird auch angenommen, das Ding, das sind tausend, das sind tausend Leute, das Ding ist in sechs Tagen ausverkauft gewesen und es war nicht ein einziger Name rausgehauen worden vorher. Also die Stimmung ist da zum Beispiel das Ding. Dann gibt es ein anderes Metal-Festival, was wirklich in den Metal-Sektor sehr tief reingeht, also ein bisschen derber ist. Tatsächlich, das Motion May Festival hat jetzt gerade sein Line-Up für nächstes Jahr veröffentlicht. Auch, das ist ein Festival, Indoor-Festival, aber mit Campground, tausend Leute wieder, ist in der Stahlhalle, puristischer geht es nicht. Das ist eine Halle, in der wird, in der wird, in der Mitte, 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 das ist eine Stahlhalle, da wird 360 Tage im Jahr, werden da riesengroße Stahltanks produziert. So, und dann fünf Tage im Jahr wird dann die halbe Halle freigeräumt und dann können die da eine Bühne reinzimmern und eine Attacke und da ist richtig Randale drin. Pass auf, und die Gewerkschaft der Arbeiter, da ist IG Metall, hundertprozentig. Mit Sicherheit. Nein, aber das ist so dieses, und diese ganzen Events, die werden auch lokal irgendwie auch supported, also auch Firmen, Unternehmen, die da unterwegs sind, also das wird, auch da irgendwie ist das Thema. Ling ist natürlich noch ein bisschen bekannt in der Richtung, weil hier ist das Headquarter von EMP. EMP, das ist, ah, ja stimmt, da ist so ein bisschen das Gelegen, wobei EMP mittlerweile leider Gottes auch verkonzernt wurde, ist verkauft worden, aber da ging es, da ging es damals halt auch los, 1980 und drüber, das ist hier halt die Region so ein bisschen, und das wurde halt auch immer größer, jetzt in der Firma zum Beispiel, aber halt, ja, keine Ahnung, das war immer, war immer Thema hier und ich bin, bin ja auch Zugereister und das ist was, was mir sehr, sehr schnell, sehr positiv aufgefallen ist und jetzt seitdem wir halt auch, ich und mein Kollege, der jetzt heute nicht dabei sein kann, eben auch in diesem, in diesem, ja, Medienthema so ein bisschen eingestiegen sind, was ja Hobby ist eigentlich, wir haben das, wir haben das so oft, oder so viel feststellen können, wie viele Leute einfach auch, du siehst auch, du hast auch scheißegal, auf welchem Festival du bist, du hast zu 30 Prozent, hast du immer noch ein paar Gesichter, den kennst, ah, der war da, der war da, den kennst du da, das ist so eine riesengroße, abgefahrene, bekloppte Familie teilweise und wenn einer, jemanden zu trinken sucht, er findet immer einen, so ungefähr. Wie gesagt, uns hat, wir haben uns so ein bisschen verliebt ins Emsland. das ist also echt toll da. Und, ja, wir können es gar nicht erwarten, wiederzukommen. Kann ich, kann ich euch nur empfehlen. Das wird auf jeden Fall passieren, ja. Aber wollen wir nicht, wir sind ja jetzt hier, es heißt ja Musik-Laber-Allianz, wir haben jetzt ja total seriös uns über unsere Band-Geschichte unterhalten, über musikalische Entwicklung, über Musikunterricht, wollen wir nicht mal so ein bisschen, also wir warten ja immer noch so ein bisschen aufs Kreuzverhör, so richtig harten Dinger, die krassen Fragen irgendwie. Ja, du, die krassen Fragen und das harte Zeug, das kommt, das müssen andere machen bei uns, läuft das ja alles tief in den Schaden. Nein, das ist ja das Schöne, einfach, einfach gemütlich zusammenzukommen, zu sitzen, zu quatschen und, ich meine, auf die Storys und Anekdoten, da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen, tatsächlich, da wollte ich auch gleich noch hin. Jetzt ist natürlich die Frage so ein bisschen, für nächstes Jahr, habt ihr denn schon Tour-Festivals für nächstes Jahr im Blick, was ihr auch verraten dürft oder ist da noch viel noch nicht veröffentlicht worden, was noch so ein bisschen hinterm Berg ist? Es ist alles noch hinterm Berg. Aber ihr seid unterwegs? Wir sind unterwegs und der ein oder andere Begriff ist auch schon gefallen heute. Ah, sehr schön. Bin ich mal gespannt. Ja gut, dann lasst uns doch mal so ein bisschen einsteigen. Ihr wart ja dieses Jahr auch, oder seid ja generell live, sehr umtriebig, 200 über 250 Shows, eingangs ja schon gesagt. Achso, übrigens zum Thema seriös. Also bei uns ist das auch so, da liegt ein roter Faden daneben, wenn man nötigt. Und wir haben auch Krabatten auf der Bühne, also deswegen seriös. Okay, also seriöser wird es dann hier auch nicht an der Stelle, zumindest was die Optik angeht. Sehr schön, sehr schön. Obwohl die moderne, seriöse, jetzt muss ich dazu sagen, die moderne, seriöse Optik ist ja komplett zugetätowiert, unterhemmt und Kurzhaarschnitt. Und Eierfleck auf dem Hemd, ist klar. Ja, wenn man sich so gängige Formate auf RDL Plus anguckt, dann, gut, aber lassen wir das. Ja, das ist schwierig, schwierig. Wie ist das denn, eine ernsthafte oder eine seriöse Frage, muss ich tatsächlich noch stellen, für euch so ein bisschen, wenn ihr jetzt unterwegs seid, beziehungsweise Auftritt hinter euch gebracht habt, wie sieht denn für euch so wirklich so ein, ich nenne es jetzt mal, ein erfolgreicher Auftrittstag an, dass ihr sagt, okay, die Stimmung muss geil sein, die Menge der Leute, die da steht, wahrscheinlich optimal natürlich, alles geil, klar, die Intensität, wie ihr das selber fühlt, was ist so das, wo ihr von der Bühne geht und denkt, jo, das war geil, was das richtig ausmacht. Also was viel ausmacht für uns persönlich, ist auf jeden Fall, wenn wir selber auch beim Spielen einen geilen Sound haben, also dass uns die Musik auch selber anbockt und wir dann wirklich nach dem letzten Punkt noch immer noch dieses Gefühl haben, das klang einfach geil. Ja, deswegen ist für uns immer der wichtigste Mensch außerhalb der Band immer der Soundman, weil er kann vieles richtig, aber leider auch vieles falsch machen. Also wir hatten auch schon Shows, wo wir dachten, das wäre absolut geil und das hat er nicht so gut hinbekommen und es klang draußen halt scheiße und schon kommt die Show nicht mehr so an. Das ist genau das Ding, wenn du es nicht selbst in der Hand hast, das ist natürlich blöd. Also das Beste ist, wenn wir von der Bühne kommen und von Leuten aus dem Publikum das Feedback bekommen, das war geil und klanggeil. Also wir hatten es wirklich schon so, das ist das, wo Johnny drauf hinaus will, wir hatten eine Show erstaunlicherweise mit Hardbone zusammen in Hamburg und wir waren tatsächlich Opener. Also wir waren erste Band, danach kam Hardbone und dann war noch eine dritte Band da. Das war so ein Band-Package von ICS organisiert, von Seaside Touring, also der Wocken-Agentur und wir hatten das Problem, wir waren die erste Band und der Soundtyp hat echt bei uns komplett versagt. Also zum einen hatte der in diversen Kabeln irgendwie einen Kurzschluss drin, dann ist eine Box durchgeknackt und wir hatten aber ein gutes Monitoring auf dem Ohr. Also unser Sound auf der Bühne für uns war echt gut und wir dachten, das war alles cool, hatten uns nur gewundert, warum vom Publikum nicht so eine richtig, nicht die Reaktion kam, die wir sonst kennen, wenn wir auf der Bühne sind. Und dann sind wir halt von der Bühne runter und dann hatten uns halt ein paar Freunde, die auch da waren, gesagt, ey, was war denn da los? Das klang total beschissen. Das war richtig schlecht. Also man hat den Gesang kaum gehört, die Gitarre komplett entbeiert, fast viel zu leise, Schlagzeug klang wie Pappkartons, was ist denn da los gewesen? Wo wir dann einfach in dem Moment auch nicht drauf antworten können, weil wir natürlich dachten, vom Monitoring her, das war alles gut. Aber letztendlich hat uns da tatsächlich der Tontechniker den Arm ruiniert, was wirklich ärgerlich war. Und das ist zum Beispiel die Situation, die ein Kriterium dafür ist, dass wir sagen, scheiße, das war nicht cool. Aber nicht aufgrund unserer Performance, sondern aufgrund der Art und Weise, wie es sozusagen per Ton ins Publikum transportiert wird. Deswegen, also wenn wir ein Feedback, also sagen wir es mal so, wir haben selber das Gefühl, geiler Sound, die Leute sind abgegangen und dann kommen wir noch von der Bühne runter und dann erfahren wir noch, ey, das klang geil. Dann ist es für uns erfolgreiches Konzert und noch geiler wird es und da spannen wir nochmal den Bogen zum Schnickschnack-Festival. Wenn wir dann auch noch am Merchstand stehen und die Leute ankommen und unsere Sachen kaufen wollen und beim Schnickschnack-Festival, das war ja sowieso das Geilste, da hatte ich ein Stürmband um während der Show und da kam doch original ein Typ an, der mir das Stürmband abkaufen wollte. Stimmt! Also ich konnte den und ich konnte den Preis definieren. Stimmt! Ja, das sind so lustige Erlebnisse, die man noch hat. Ja, stimmt, das hast du Backstage sogar noch erzählt. Ja, genau. Ach, jetzt wo du sagst, ach Gott, ja, richtig. Ja, und dann weißt du ja wirklich, irgendwie muss das wirklich eine runde Sache gewesen sein. Also das hat jetzt einfach komplett funktioniert so. Wir hatten jetzt letztens gerade und das ist halt auch immer so das Ding, das ist immer das Blöde, weil wenn wir in Hamburg und um Land Hamburg eine Show spielen, dann nehmen wir auch unseren eigenen Tontechniker mit, weil der genau weiß, wie wir klingen, der genau weiß, wie es draußen klingen muss. Aber wir haben es halt oft, gerade bei Festivals, dass wir quasi darauf angewiesen sind, dass der lokale Tontechniker für den Sound bei uns sorgt. Und letztendlich, eigentlich ist es gar nicht so kompliziert. Ich meine, eine Gitarre, ein Bass, Schlagzeug und Dreimalgesang sollte möglich sein zu mischen, weil wir auch einen guten Sound normalerweise anbieten. Aber wir hatten es jetzt tatsächlich in den letzten zwei, drei Jahren bei Festivals des Öfteren, dass unser Sound echt draußen nicht so cool klang. Und wir es selber erst im Nachgang erfahren haben. Und ein paar Mal ist es auch tatsächlich schon passiert, dass genau bei diesen Shows Musikmagazine da waren, die Konzertberichte darüber geschrieben haben. Okay, schwierig. Ja, und pass auf, der Witz ist, du kennst ja unsere Musik und du weißt ja, wie würdest du unsere Musik definieren? Was würdest du sagen, machen wir für eine Musik? Ich habe es mal als Modern Rock so ein bisschen bezeichnet, aber auch schon durchaus mal was von der derberen Schiene hier und da. Ja, genau. Das Witzige war, bei dem Ein-Festival 2022, wo wir den Showsound hatten, war auch Gitarre and Eier. Da hieß es auf einmal, wir würden Street Punk machen und mit Rockabilly-Einflüssen. So, wo wir echt dachten, Alter, was? So, ne? Also das konnten wir gar nicht fassen, als wir das gelesen haben. Also ein übler Verriss so, dass wir soundlich überhaupt gar nicht wissen, was wir wollen. so ein O-Ton, also O-Ton-Zitat sozusagen. Scheiße. Und dann merkst du gleich so, scheiße, was muss der Soundtechniker uns da für ein Ei ins Nest gelegt haben. Und genauso hatten wir vor, das ist noch gar nicht lange her, vor drei Wochen beim Bookwood-Festival gespielt im Tarts. Das war ein geiles Festival, super geil organisiert, tolle Organisation. Die Leute haben uns auch abgefeiert, also zumindest die, die direkt vorne an der Bühne waren, aber weiter raus. muss der Sound wohl auch nicht so cool gewesen sein. Da hat ein Journalist geschrieben, wir würden wie eine Misfits-Coverband klingen, die aber auch extreme Grunge-Einflüsse hat. Okay, so. Spannend. Und nichts irgendwie über das, was wir tatsächlich machen. Also es hat nicht das widergespiegelt, was unseren Sound eigentlich ausmacht sozusagen. Und in dem Moment, und das ist halt das Traurige oder das Gefährliche, wenn man sozusagen als Band, und ich sage das jetzt bewusst an alle Leute, die normalerweise im Publikum stehen, also die selber keine Musik machen, wenn eine Band scheiße klingt, dann muss das nicht zwingend an der Band liegen. Dann kann das auch einfach daran liegen, dass sie schlecht abgemischt ist draußen. Und das ist natürlich dann immer dieser, wie heißt das so schön, die Kredominanz des ersten Eindrucks. Du hörst es einmal und sagst gleich, die Band klingt so. Schwierig, ja. Ja, aber gut, wenn man sich dann die Platte holt und reinhört, dann kommt irgendwann das Aha-Erlebnisse und viele Musikjournalisten hören sich unsere Musik überhaupt nicht an, sondern berichten dann nur kurz mal mit einem halben Ohr zugehört von so einem Festival. Das ist dann im Netz, ist immer ein bisschen schwierig, deswegen geben wir auch immer Gas, so viele Konzerte wie möglich zu spielen. Also immer fetten Sound abzuliefern, damit quasi die positiven Konzertberichte, was den Sound angeht und was unser Musikstil angeht, dann auch überwiegen. Ja, ist natürlich auch verständlich. Ja, was du sagst, klar, logisch, am Ende des Tages, Musik ist ein Audio-Medium, steht und fällt nun mal auch mit der ganzen Technik, ist ganz klar. Gibt's auch sicherlich einige Konzerte, wo ich gesagt habe, alter Schwede, wahrscheinlich ist die Band geil, aber da war so ein Knoten im Sound drin, dass du das halt nicht beurteilen konntest in dem Falle, auch wenn du dann genauer zuhörst, gut. Ich sag jetzt mal doof, so jemand, jetzt in meinem Fall, ich nenne es einfach mal so in meinem Falle, wenn ich trotzdem irgendwie ein bisschen neugierig bin, weil ich gehuckt bin von dem, was vielleicht auch auf der Bühne passiert ist, dann sagt man immer noch, ja komm, ich hör mal rein, was die sonst so auf Platte haben, was auch immer, was du sagtest. Aber man, manchmal hört man ja schon, dass im Sound was nicht hinhaut und nicht von der Band selber. Hatte ich einmal ein Konzert, auch hier tatsächlich lokal, war eine Band, die so ein bisschen eher im Metalcore, ein bisschen derber, also richtig derber rund zur Sache ging. Die haben geknüppelt, du hast ein krankes Bass und ein krankes Gitarrenspiel gehabt, Schlagzeug, Double Bass, Gewitter vom Feinsten. Du hast auch gedacht, boah geil, der Sound drückt. So, da war der Gesang aber so unterirdisch weggemischt, dass du von dem, selbst wenn es auch nur Growling und Rack war, du hast davon nicht viel mitbekommen. Ergo war das gesamte Soundkleid so schwierig, weil eben der Gesang nicht ankam. Und ich bin dann sogar so weit gegangen, dass ich gesagt, komm, ich stand vorne, direkt da vorne am Brett, gehst du mal ein Stück nach hinten, vielleicht ist das einfach nur ein bisschen anders lokaler abgemischt, was ich vorne, also halt auf Mitte gemischt, wie auch immer, Mitte gegangen. Er sagt, das wurde aber schlimmer, je weiter ich nach hinten ging. Ich sage, Jesus. Er sagt, für die Band hat es mir leid. Ja, und da bist du als Band dann auch Opfer des Systems. Also, und letztendlich, natürlich dann aber auch die Hauptangriffsfläche. Es sagt ja keiner, oh, der Tontechniker, der hat ja richtig scheiße gebaut. Sagen dann alle, immer die Mucker, die Band, die klingen aber richtig scheiße. Ja, genau. Es sind immer die Mucker, die da das Fett wegkriegen. Es sind immer die Mucker, die dann schuld sind. Aber andererseits, wenn es wirklich geil klingt, dann weibst du es dann bei einem. Bei der Mucker-Polizei heißt es dann, ja, der Tontechniker hat aber auch einen ganz hervorragenden Job gemacht. Ja, ich finde das immer, immer, ich finde das dann immer schwierig. Vor allem, wenn du sagst, wenn dann auch, sage ich mal, Leute da stehen, die nur mit einem halben Ohr zuhören und dann auch wirklich, ja, keine Ahnung, sich nicht vorbereitet haben. Also, ich finde es immer wichtig, so mache ich das auch. Ich gehe ja auch nicht zu einem Konzert, ohne vorher von der Band etwas gehört zu haben. Also, ich lasse mich ja nicht komplett überraschen. Ich gehe ja nicht komplett, ohne zu wissen, was Sache ist, kaufe ich mir ja kein Ticket. Ja, da muss ich mal ganz klares Jein, da muss ich mir eben unterbrechen. Liegt aber auch daran, ich sage mal, wenn du jetzt eine Hallenshow hast, wo du sagst, du hast jetzt, sage ich mal, Künstler A als Headliner und hast dann ein, zwei Supports, okay, bin ich voll bei dir. Wenn du jetzt natürlich auf ein Festival gehst, so wie beispielsweise die genannten Lokalen, zumindest ist das ein Ding von mir, gibt es zwar Möglichkeiten, okay, wenn wir jetzt natürlich, wenn wir natürlich darüber berichten, ja, okay, anderer Schnack, gar keine Frage. Aber wenn du jetzt wirklich mal so ein bisschen ins Blaue reingehst, finde ich es immer ganz cool, sich auch mal überraschen zu lassen, zu sehen, du sagst gerade, Live-Qualitäten ist immer ein Ding, zu sagen, hey, okay, ich lasse mich jetzt mal einfach mal komplett wegflashen, ob die jetzt was auf der Bühne wirklich reißen oder nicht reißen, ist aber natürlich wieder jeder so ein bisschen anders gestrickt, muss ich dazu sagen. Klar, definitiv. Also ich sehe es jetzt eher aus Musikjournalisten-Perspektive, nicht aus Fan-Perspektive. Dass man sich vorbereitet, auch vorher schon weiß, über welchen Künstler schreibe ich da. Ja, klar. Und wir waren bei diesem Festival, was ich gerade angesprochen habe, waren wir Co-Headliner. Also da kann man schon erwarten, dass so ein Journalist dann wenigstens mal mit einem halben Ohr bei zumindest welchen YouTube-Videos vielleicht anguckt, anhört irgendwie, um zu wissen, wohin der Sound geht und dann auch ein bisschen differenzieren zu können. Richtig. Dass da vielleicht irgendwas nicht gestimmt hat. Aber wollen wir jetzt auch gar nicht zu lange drauf rumreiten. Schauen wir lieber noch andere dreckige Storys bauen. Ja, dreckige Storys, wobei ich sagen muss, das ist eine Sache, die ich da jetzt nochmal eben reingrätschen muss, weil ich das total schwierig finde. Ich meine, am Ende des Tages, am Ende des Tages sind wir uns alle einig, Musik ist am Ende des Tages eine unfassbar subjektive Geschichte. Ich sage mal, es gibt mit Sicherheit Leute, die, ich nehme euch jetzt als Beispiel, die euch absolut todesgeil feiern und richtig geil finden. Es wird mit Sicherheit auch ein paar geben, die mit eurem Stil nichts anfangen können. Sei es auf der Bühne, ist ja egal. Ist ja auch völlig gutes Recht, du, dann, keine Ahnung, dreh dich um, trinkst dir einen Pilz, wartest auf die nächste Band, wenn es mehrere am Abend gibt. Ist ja völlig easy, völlig legitim. Was ich persönlich unfassbar schlimm, oder unfassbar bedenklich finde, nach wie vor, aber das ist nicht nur in der Musik so, oder generell, ich mache mal kurz das seriöse Fass auf tatsächlich, ein gesellschaftliches Thema ist, es wird ja grundsätzlich eher darüber berichtet, wenn was richtig scheiße ist oder wenn irgendeiner meint, ihm gefällt das nicht, dass da unfassbar Verrisse stattfinden. Das ist zum Beispiel was, was wir uns, gut, da kommt auch wieder das Problem, wir kommen aus der Fanperspektive, sind eingestiegen, uns immer gesagt haben, da haben wir zum Beispiel gar kein Interesse daran. Natürlich könnte man natürlich sagen, komm, wir wollen das größer machen, wir machen mal ein paar Schlagzeilen drauf, dann, wenn ich jetzt das VOD auch nenne, nach dem Motto, keine Ahnung, irgendwas Totales verdrehtes schreibe, klar, generierst du deine Klicks und so weiter und so fort, was manche Journalisten ja wahrscheinlich auch tun müssen, tatsächlich, um da die Reichweite zu kreieren, aber ich finde es total bedenklich, dass eben da teilweise Verrisse rausgehauen werden, einfach nur, um eben dieses, diese, diese Reichweite zu generieren, ohne sich A, entweder, wie du gerade sagtest, schon sich mit der Materie im Vorfeld auseinandergesetzt zu haben, richtig, hundertprozentig, also wirklich guten Recherche, Journalismus zu betreiben, in Musik ist das nichts anderes wie anderswo auch, und dann entsprechend sich teilweise auf Kosten der Bands einfach da so vom Stapel zu ziehen, finde ich ein absolutes Unding, also ich sage mal, ich persönlich finde es ein bisschen das Credo, wenn ich was geil finde, wenn ich was feiere, egal, ob das die Leute sind, ob das die Mucke ist, ob das das Auftreten ist, was auch immer, dann hebe ich das hervor, dann spreche ich da gerne drüber, wenn es nicht so ist, ja meine Güte, dann muss man es aber doch gar nicht erst großartig thematisieren, weil, genau, dann ignorier es einfach, Ja genau, ignorier es einfach, es gibt ja auch in den sozialen Medien, das ist so geil, wenn du irgendwas, irgendeine Geschichte schreibst, oder auch Fußball zum Beispiel, ein Fußballverein, egal welcher jetzt, wir sind da in Hamburg tatsächlich so, wir sind auf beiden Seiten in Hamburg unterwegs, was Fußball angeht, aber angenommen, es wird ein Spiel gewonnen, es war aber alles scheiße, da haben wir wieder richtig Glück gehabt, also eigentlich unverdient, Leute, die einfach nur negativ, immer negativ drauf sind, also alles runter machen müssen, und, ein gutes Beispiel zum Beispiel, als wir 2016 unser Album 8 Reasons to Rock rausgebracht haben, da sind wir auf dem Cover, wir zu dritt drauf, mit Krawatte, da hat ein Typ, ich weiß nicht mehr, welche Musikzeitung das war, weiß ich nicht mehr, aber es war auch, der hat nur, es war offensichtlich, dass der noch nicht mal die CD angehört hat, der hat sich nur über unsere Optik lustig, gemacht, also eine Beleidigung nach der anderen rausgehauen, für ein Musikmagazin, und es war offensichtlich, dass er nicht mal ansatzweise auch nur einen Ton der Songs gehört hat, und da denke ich so, ey, dann leg doch einfach die CD zur Seite, und halt einfach die Fresse, investier doch keine Lebenszeit, etwas kaputt zu machen. Genau das, genau das, genau das, was du sagst, das wäre, da wäre mir persönlich, ist mir die Zeit dann zu schade, ich sage jetzt mal, klingt ein bisschen angeberisch, gebe ich zu, aber mittlerweile, wir haben auch so viele Projekte zum Beispiel, da sehe ich das gar keinen Sinn hinter, A, die Leute, die sich, die die Eier haben, die wirklich den Lachs auf den Tisch knallen, sagen, hey, wir haben was, was wir geil finden, wo wir uns selber für feiern, wir treten jetzt auf eine Bühne, und präsentieren das, alleine das, diesen Schritt zu gehen, da gehört schon unfassbar viel Mut dazu, das zu sagen, natürlich, klar, auch ein gewisses Selbstbewusstsein, gar keine Frage, aber am Ende des Tages immer auch den Mut, das den Leuten zu präsentieren, weil es ist ja am Ende des Tages irgendwo noch ein Haifischbecken, muss man sagen, so, und ganz ehrlich, und wenn es jetzt wirklich eine Band ist, egal, auch da wieder, wie gesagt, wenn ihr da seid oder andere seid, wenn das euch gefällt, ja geil, feiert das, geht mit, zeigt den Leuten, zeigt ein bisschen Liebe, dass die das sehen, dass die Leute auf der Bühne merken, ey geil, da sind ein paar Leute, die feiern das, was wir machen, viel geileres Gefühl gibt es ja fast nicht, ihr könnt es mir wahrscheinlich bestätigen an der Stelle, andersrum, wenn es dir nicht gefällt, ja mein Gott, dann dreh dich um, geh an Tresen, trink dir einen Pilz, fertig, bis hin, was ich richtig armselig finde, dass Leute teilweise anfangen, sogar die Leute mit irgendeinem Scheiß zu beschmeißen, so eine Kacke, das finde ich unterste Schublade, absolut unterste Kategorie. Ja, geht gar nicht, das ist leider, das ist, aber das ist eher so ein, wie kann man das nennen, Werteverfall in der Gesellschaft, denke ich mal, also das muss, es spiegelt, anscheinend sind einfach unfassbar viele Leute, auch mit sich selber, unzufrieden irgendwie und missbrauchen ein Ventil und lassen es gerne an anderen Dingen aus, was an der Kunst, also wir sind ja irgendwie schon auch Künstler, muss es ja noch Kunst, daran auszulassen, ist auch echt das armseligste eigentlich, es gibt ganz andere Dinge, über die man sich aufregen kann, viel wichtigere, viel relevantere Dinge sozusagen, aber ja, was willst du machen, es ist einfach so, es sind die Leute, es ist eine Bewegung in der Gesellschaft und letztendlich ist es auch so, durch die sozialen Medien und die ganzen Foren, die ganzen Portale und so weiter, haben die Leute natürlich auch eine Bühne, das ist ja einfach mal super schnell hingeschrieben, so ein Satz schreibst in fünf Sekunden, so ein Hassding irgendwie, das war früher nicht so ohne weiteres möglich, und das ist ja auch, man kann sich da auch schön hinter verstecken, man wird ja nicht gesehen, man schreibt da einfach was hin, so schön, ja, wie heißt das, Rolle, ne? Ja, das ist das, und deswegen bin ich immer freund von, zu sagen, wie gesagt, wenn das wirklich was für dich Negatives ist, dann lass es weg, das was positiv ist, was man geil findet, das heb hervor, da kannst du auch ein Spotlight drauf packen, wie gesagt, in unserem Musikteil, sag ich mal vorsichtig, im Rahmen unserer mittlerweile ein bisschen Reichweite, sagen wir ganz ehrlich, wir freuen uns drüber, über Sachen, die uns gefallen, das ist auch subjektive Meinung, wir sind zwei Leute, beziehungsweise unser, ich nenne ihn mal Podcast-Partner, Praktikant, Lukas, der so sporadisch immer mal dabei ist, das ist, jetzt habe ich den Faden verloren, das sind einfach, das sind einfach auch wir drei, sind subjektive Meinungen, wir nehmen uns auch nicht raus, ey, das ist jetzt das, das ist jetzt das, nein, wir geben einfach gerne Tipps und sagen, hey, wir finden das geil, vielleicht finden sie auch geil, Punkt, und ich persönlich mag es halt gerne auch, mit den Künstlern dahinter zu reden, sprechen, einfach um mal so ein bisschen einen Hintergrund zu erfahren, wie ist die Story, wie, was, warum machen die das, was ist der, auch im Song, eben im Kosmos, denen die sich bewegen, es gibt ja so viele unterschiedliche Bandbreiten, im Rock, im Metal, Mittelalter, das sind unsere drei Dinger, das ist so viele, es gibt so viele spannende Geschichten, ich finde das unheimlich schön, das entsprechend jetzt so ein bisschen machen zu können, deswegen nochmal, schön, dass ihr dann entsprechend auch da seid, mitmacht, und jetzt möchte ich auch tatsächlich in die Storytime gehen, das war jetzt so ein bisschen die Überleitung, vom, wir gehen jetzt mal aus dem, aus dem Toternsten ein bisschen wieder raus, es war schon ein bisschen sehr Deep Talk, ihr habt ja 200, 250 Shows mittlerweile gespielt und mehr, es wird ja auch sowas wie ein Tourleben, Schrägstrich, ihr seid ja viel unterwegs, so ein bisschen, lassen Sie mal so ein bisschen Storytime machen, ein bisschen Anekdoten, so was, erzählt mal so ein bisschen, so ein paar Schwanke quasi, ich wollte gerade sagen, Schwanke aus der Jugend, aber, so die, die, ich sag mal, die abgedrehtesten, verrücktesten Shows, vielleicht auch, keine Ahnung, Pleiten, Pech und Pannen ist auch irgendwie, auch cool, alles, was euch so ein bisschen hängen geblieben ist, bei euch tatsächlich, so ein bisschen was. Also die verrücktesten Sachen, die passieren eher außerhalb der Show. Ja, genau. Beim Riechen, beim Stamm riechen. Ja, zum Beispiel. Ich kann ja mal zwei rausnehmen. Ja, ja. Dann fange ich mal an. Wir hatten mal eine Show in Schleswig-Holstein beim befreundeten Hocker- und Biker-Club. Die hatten halt ihre Saisoneröffnung oder Abschluss, weiß ich nicht mehr genau, das ist ein paar Jahre her. Die wurden damals aber tatsächlich in Schleswig-Holstein von der Polizei überwacht. Da ging es um befreundete andere Clubs, will ich jetzt gar nicht so drauf eingehen. Kuttenverbot. Kuttenverbot, all sowas halt. Und als wir da ankamen, waren wir zwei Autos unterwegs, um das alles dahin zu karren, war tatsächlich auf dem Weg dahin. Da war das Clubhaus und da führte so eine Straße lang. Es gab auch nur diese eine Straße. Es stand alles voll mit Polizei. Und das war wirklich SEK. Das waren die mit den Sturmhauben und den Maschinengewehren. Und die haben genau geguckt, wer da hinfährt, wer nicht. Und wir kamen da an, wir haben gesagt, wir sind nur die Band, aber wir mussten tatsächlich komplett alles ausladen, was wir dabei hatten. Haben sie überall reingeguckt und ja, weiß ich nicht. Und das Witzige war tatsächlich, dass wir gerade bei der Show, die haben halt auch nach Waffen, nach allen möglichen Sachen geguckt, was böse Biker wahrscheinlich anscheinend so dabei haben. Da hatte ich tatsächlich den Axtbass dabei, der außerweilung Axt, dieser Kistbass. Und wir hatten tatsächlich in so einem kleinen Koffer, wo so Kleinkram drin ist, eine Spielzeugpistole drin. Warum, weiß ich gar nicht mehr. Also da haben wir ein paar merkwürdige Blicke geerntet von der Polizei. Aber es ist zum Glück nichts passiert. Die haben uns dann irgendwann, nachdem wir alles wieder eingeladen haben, durchgewunken. Wir konnten tatsächlich dann hin und unsere Show spielen. Und einer der SEK-Beamten, also das war der Typ, der den Koffer aufgemacht hat mit der Knarre, der hat unter seiner Maske auch gelacht. Ja, ja. Das muss man dazu sagen. Die dürfen ja nichts sagen. Die müssen ja wirklich anonym bleiben. Das ist ja wirklich dieses Sonderding irgendwie. Aber es war wirklich ein riesen weiträumig abgesperrt und auch total mit so Abhörgeräten auch und den Autos. Also die haben auch versucht, das Clubhouse abzuhören irgendwie. Oh Gott, okay. Naja, aber ja, das war auch relativ früh. Also das war, glaube ich, das erste Jahr, als wir unterwegs waren. Naja, das war schon... Also das war so eine Erfahrung, als wir die schon hinter uns hatten, da konnte eigentlich Wasser eigentlich nicht mehr werden. Und so gesehen war man dann schon ziemlich abgehärtet, was weitere Dinge angeht. Aber jetzt, wir haben jetzt mal ernsthaft. Ja, dann haben wir ja mal... Wie geht man denn nach so einem Erlebnis in so eine Show rein? Weil das bleibt ja dann doch so ein bisschen haften, bleibt es ja dann doch, oder? Naja, die erste Zeit, denkst du schon so, hätte ja einiges schief gehen können, wenn die jetzt gesagt hätten, so, nee, ich weiß nicht, von wegen... Ihr seid verhaftet. Ihr seid verhaftet. Ich fahrt mal wieder nach Hause, so, ne, das ist uns... Ich weiß nicht, die hätten uns ja irgendwie richtig Ärger machen können. Aber es ist ja alles gut gegangen, so, ne. Es war natürlich aufregend, alles, ne. Gerade weil wir halt so ein bisschen auch noch ganz neu quasi damals waren, ja, immer trotzdem alles super Spaß gemacht. Hat uns jetzt nicht davon abgehalten, trotzdem dann eine coole Show zu spielen. Ja. Also dann, als wir dann im Modus waren, da war wieder alles, waren wir wieder, ja, hört sich blöd an, aber waren wir im Profimodus und haben komplett die Show abgerufen. Und legendär, muss man auch sagen, das war das erste Mal, dass wir da gespielt haben bei diesem Biker-Club. Und das waren wirklich die Biker, so wie man sich die vorstellt, mit Kutte, mit Harley und langen Haaren, Leder, alles das volle Brett. Und wir haben es tatsächlich geschafft, also da haben öfter Bands gespielt, auch vor uns. Wir waren die erste Band, die es geschafft hat, den Prisi zum Tanzen zu bringen. Ach Quatsch. Cool. Weil sonst sind Rocker ja eiskalt, also die bewegen sich nicht und dann sagen sie nach der Show war das Geilste, was ich hier gehört habe. Aber da war es dann tatsächlich so, der ist richtig abgegangen so. Und das, ja, da waren wir schon ein bisschen stolz drauf. Cool. Wie ist das denn generell? Habt ihr so ein klassisches Touring, habt ihr das auch gemacht oder ist das doch sehr, sehr viel Single-Festival-Shows, die ihr spielt hauptsächlich? Also wir haben ein Touring gemacht, also nicht eins, mehrere schon. In der Schweiz haben wir mal zwei Touren gemacht tatsächlich und da ist zum Beispiel, das wäre glaube ich die zweite Story, ne? Hallo. Ja, ist unfassbar. 2016 war das, da haben wir eine Tour in der Schweiz gehabt und die letzte Show, die wir da gespielt haben, also wir haben da mit einer Agentur zusammengearbeitet aus der Schweiz und die letzte Show, die war halt in eine etwas spezielle Location gebucht, sozusagen, aber mit einer fetten PVA und großer Anlage. Okay. Und am Ende des Tages, und jetzt halte ich fest, wir hätten es vorher nie gedacht, dass sowas mal passiert, aber es ist tatsächlich so gekommen, wie es nicht vorhersehbar war. wir haben diese Show vor einem zahlenden Gast gespielt. Vor einer Person, also das ist kein Scheiß, es war genau eine Person da. Du Scheiße. Okay. Und wir haben uns aber gesagt, okay, wir haben jetzt hier den übertriebenen Soundcheck gemacht, wir haben die fette Anlage hier, wir haben alles, wir haben die Lichtanlage, wir haben Nebel, wir haben alles abgenommen, es ist alles vorbereitet. Und dann haben wir dieser einen Person das volle zwei Stunden Brett um die Ohren geballert. Oh wow. Aber volles Brett, also auch wirklich krass gegeben. Und das Geilste war, der Typ hat danach original am Merch stand alles gekauft, was wir mit hatten. Also das war, der hat alles setzten, Cap, Shirt, Tonsträger, Buttons, Patches, hat alles gekauft. Der war komplett glücklich, das war für den das größte Erlebnis seines Lebens wahrscheinlich, komplett alleine dieses Konzert zu erleben. Und das ist eine einmalige Sache gewesen. Also es ist danach nie wieder passiert, dass wir vor so wenig Leuten gespielt haben. Aber das ist auch tatsächlich hängen geblieben. Lag aber nicht daran, dass wir so scheiße sind oder so, oder dass uns da keiner kennt. Aber ich denke mal, das lag eher daran an der mangelnden Promo des Konzerts. Ah, okay. Ich hätte jetzt gesagt, so ein bisschen auf die Distanz, auf die Entfernung tatsächlich getippt, so ein bisschen vielleicht. Man hat ja so seinen Umkreis so ein bisschen, der erweiterte. Aber gut, bis ganz runter ist er die schon ein Stück weit Stück zu fahren. Aber spannend. Aber andersrum ja, wie gesagt hast du, das ist wahrscheinlich das Konzert seines Lebens gewesen. Krass. Also wenn man sich da mal hineinversetzt, stell dir das mal vor, du wirst diese Person. Also das muss krass sein. Also der muss ja wirklich, und vor allem hat er auch das mega Brett gekriegt, also den Drachian zu zauern. Ich glaube, ich werde so hin und her gerissen. Klar, natürlich fände ich es auch geil, aber andersrum, ich werde wahrscheinlich so, mir würde es auch echt leid tun für die Jungs, für euch in dem Fall. Alter, nur, das ist irgendwie schon undankbar. Meine Fresse. Das ist natürlich nicht toll, aber andererseits, du bist ja eh da, ist ja nicht so, dass du sagst, wir können jetzt wieder nach Hause fahren, wir sind in der Schweiz. Du bist eh da und dann spielst du auch ein Z, was sollst du. Wir haben aber auch coole Shows gespielt, also zum Beispiel Gruß liegt an die Rockgenossen in der Schweiz, falls sie heute zugucken. Auch geile, geile Package Shows gespielt mit einer lokalen Band zum Beispiel in coolen Locations, die Medbar zum Beispiel in der Schweiz, können wir sehr empfehlen. Also da haben wir schon tolle Sachen erlebt. Ich bin interessiert. Medbar heißt die, Genau, die hatten etliche Medsorten im Angebot. Ich bin interessiert. Ja, das war auch cool, das hat Spaß gemacht. Medbar. Eine krasse Story würde ich gerne noch erzählen, weil das war tatsächlich was Besonderes, ist jetzt auch gar nicht so abgefahren, aber für uns persönlich war das schon sehr abgefahren. Wir haben 2022 unsere letzte Single rausgebracht, Get in the Ring, haben wir auch gespielt. auf dem Schnick-Schnack-Festival. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ja, vermutlich. Ich habe den Song tatsächlich vorher noch gehört. Ah, sehr gut, sehr gut. Und diesen Song, den haben wir ja tatsächlich, das ist eine Auftragskomposition gewesen. Also das ist der Titelsong für ein großes Kickbox-Event, was einmal im Jahr in Hamburg stattfindet. Ein europäisches Kickbox-Event, das größte in Europa. Das heißt auch Get in the Ring. Und das findet tatsächlich in der Edel-Optics-Arena in Hamburg statt. Ich weiß nicht, ob du die kennst? Nee. Das ist so die drittgrößte Halle nach der Barclays-Arena, der Hamburger Sporthalle. Danach kommt die Edel-Optics-Arena, da passen glaube ich so 5.000 bis 6.000 Leute rein. Und wir hatten, ja, definitiv. Und bei diesem Event ist es halt so, in der Mitte ist der Boxring, direkt in der Mitte. Und dann, wie man es bei Boxkämpfen auch kennt, die Ränge sind halt voll und dann stehen sie halt nach Stühlen im Innenraum sozusagen, dass man direkt am Ring sitzen kann. So. Und wir, weil wir diesen Song gemacht haben und der eben für diese, auch in Werbespots für dieses Event genutzt wurde, haben tatsächlich bei dieser Show diesen Song komplett live im Boxring gespielt. Als Eröffnung der Veranstaltung sozusagen. So. Und das war für uns einfach echt eine unfassbar krasse Erfahrung, weil wir keinerlei Playbacks hatten, sondern wirklich mit dem Pult, mit unserem kompletten Equipment in diesem Boxring waren. Ja. Alles durchmikrofoniert, alles abgenommen. Er wurde dann über so eine krasse Funkstrecke zur Haus-PA-Anlage geschickt, das Ganze, das Signal. Und dann haben wir tatsächlich diesen Song gespielt, haben den tierisch in die Länge gezogen, also so ein Mittelteil, Bass-Schlagzeug-Part und in diesem Bass-Schlagzeug-Part sind dann die Kämpfer eingelaufen. Oh geil. Um den Ring rumgelaufen. Dann hat der Box, der Ringsprecher hat die anmoderiert, die Kämpfer so. Also insgesamt haben wir den Song bestimmt so 15 Minuten gespielt. Ja. Das war eine geile Nummer. Das war richtig geil. Also das war etwas, was wir vorher noch nie gemacht haben. Also nicht vergleichbar mit irgendwelchen Konzerten, weil einfach eben auch diese Zeit so knapp war. Also wir haben im Ring aufgebaut, das Ding gespielt und als wir fertig waren und jetzt kommt es nämlich, als wir fertig waren mit dem Song, hatten wir noch genau fünf Minuten Zeit, bis der erste Kampf stattfinden sollte. Ui. Also wir sind innerhalb von fünf Minuten mit allem, was im Ring war, Schlagzeug, Boxen, Mischpult, Mikrofone, Instrumente, aus diesem Ring raus. Also da waren coolerweise Stagehands 10, 15 Leute und ich glaube, wir haben es in dreieinhalb Minuten geschafft. In dreieinhalb Minuten waren wir wieder raus. Das war richtig geil. Also das hat mega Spaß gemacht. Schönen Gruß auch an Till Görres, Veranstalter, Get in the Ring. Findet dieses Jahr am 2. November, glaube ich, in Hamburg wieder statt. Also für alle, die es interessiert, getinthering.com oder getinthering.de. Ja, es gibt auch eine Videoaufnahme, die werden wir, wenn die Zeit reicht, wenn wir es noch hinkriegen, werden wir vielleicht nochmal einen Videomitschnitt dieser Show bei YouTube raushauen. Das wäre nämlich lustigerweise meine nächste Frage gewesen. Wo gibt es die Videos zu sehen? Das hört sich extrem geil an. Ja, das Event wurde live gestreamt tatsächlich. Da hat man auch unsere Show gesehen, unseren Upgrade. Das war aber so ein Pay-Per-View-Ding. Also nicht öffentlich danach. Wir sind aber, wir haben das Videomaterial aber bekommen. Wir hatten aber noch keine Zeit, das fertig zu machen. Aber es wird auf jeden Fall passieren. Wir werden es nochmal veröffentlichen, definitiv. Stark, das ist ja richtig cool. Es wäre jetzt tatsächlich so die Frage gewesen, war das denn auch einer der größten oder mit den meisten Zuschauern, Zuhörern? Oder gab es da noch größere Venues, die ihr immer spielen durftet? Naja, wir haben Markthalle auch mehrfach gespielt in Hamburg. Oh gut, das ist eine Markthalle gegen glaube ich 1.000, 1.200 rein. Das ist wesentlich kleiner als Eble Optics Arena, stimmt. Das war schon eins der größten. War eins der größten. Natürlich noch ein paar Festivals haben wir noch gespielt, wo wahrscheinlich auch noch mehr Leute da waren. Aber so eine ausverkaufte Halle mit den Rängen bis nach oben dicht und du stehst in der Mitte und um dich herum sitzen auch überall Leute. Das war schon auch der Blick aus dem Ring heraus. Das war schon ziemlich geil, weil auch der Geräuschpegel natürlich von den Rängen dann runter in diesen Boxring auch wirklich also etwas war, was wir vorher noch nicht erlebt haben. Der Auftritt, dass der ganz besonders im Gedächtnis bleibt, das kann ich mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen, weil ich glaube, das haben nicht viele und auch mit Sicherheit nicht häufig tatsächlich. Das ist mit Sicherheit ganz was, ganz was Besonderes auf jeden Fall. Krass. Wahnsinn. Auftritt ist übrigens ein gutes Stichwort. Ja, stimmt. Wir nähern uns ja langsam dem Ende quasi. Ich habe da so ein bisschen so einen seriösen Call noch über, aber ja, ihr habt ja noch was vorbereitet. Ja, pass auf. Es ist ja so, wir sind jetzt mit unseren Festivals durch in diesem Sommer, aber unser absolutes Highlight ist immer unsere Show in Hamburg selber sozusagen. Wir spielen immer einmal im Jahr ein großes Konzert in Hamburg mit einem Support und wir spielen die volle Show. Das sollte eigentlich letztes Jahr im Oktober stattfinden. Das ist genau in den Zeitraum gefallen, als Patsy quasi aus der Band raus ist, also als wir quasi zu zweit waren. Deswegen konnten wir dieses Konzert im letzten Herbst nicht spielen. Haben es jetzt um ein Jahr verlängert, also verlegt quasi auf dieses Jahr und es findet statt am, ich habe hier so einen kleinen Flyer, ich höre dir mal in die Kamera. 18.10. 18.10. Das ist ein Freitag in Hamburg. Die Location heißt Maria's Ballroom. Ich glaube, wir spielen jetzt schon zum fünften Mal da. Genau. Und so wie es aussieht, mit viel Glück und so wie es sich gerade entwickelt, wird dieses Konzert vermutlich ausverkauft sein. Cool. Aber, und jetzt kommt es, wir wollen unter allen, die jetzt zugucken und zuhören, diese zwei Tickets für diese Hamburg-Show verlosen. Also, wer Interesse hat in Hamburg bei der Show dabei zu sein am 18.10. lohnt sich immer nach Hamburg zu fahren, ist sowieso immer eine Reise wert. Das muss man dazu sagen. Aber wir werden da auch wirklich alles geben. und das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist uns zu treiben oder der Musik-Laber-Allianz zu schreiben, wie der Song heißt, den wir von Telly Savalas adaptiert haben und nahezu live immer spielen. Wir haben heute ausführlich darüber gesprochen. Wenn euch der Titel einfällt, ihr könnt auch ein bisschen recherchieren, vielleicht mal das Album Devil's Music von uns angucken. schreibt der Musik-Laber-Allianz und dann gibt es vielleicht diese zwei Tickets. Genau. Entweder uns direkt schreiben über Instagram, über Facebook oder auch per Mail musiklaber-allianz at outlook.de oder eben über eure Kanäle. Instagram, Facebook. Ja, gerne an Info oder am besten an info at sloppy-joel.de Genau. Und mit viel Glück sehen wir uns dann. Kriegt ihr zwei Tickets. Gibt es zwei Tickets, genau. Und bis wann soll das Ganze passiert sein am besten? Also wann machen wir dazu? Wenn die Tickets weg sind, dann, wir wollen ja irgendwann Ausverkauf vermelden. Also die müssen auch weg, die beiden. Ich würde aber, gut, 18. ist jetzt in drei Wochen. Ja, eine Woche habt ihr Zeit, denke ich. Dann würde ich sagen, machen wir einfach mal Teilnahmeschluss, den 9. 10. um 18 Uhr. Ich mache da jetzt mal eine Zeitlinge drin. Alle Einsender, die uns da entsprechend was zukommen lassen und dann ziehen wir einen Gewinner und dann hat der oder die Glückliche die Gelegenheit, euch live in Farbe und vor allem mit ganz viel Krawall auf die Ohren die Chance, glaube ich, live zu erleben. Vor allem eine volle Show. Genau. Unter zwei Stunden geht da gar nichts. Nee, unter zwei Stunden kommt Ronny. Kommt Ronny in Frage. Gerade ein Twitch-Zuschauer schreibt, schade um die Karten, habe schon zwei. See you there. Also, löblich. Sehr gut. Löblich, löblich. Und deswegen, also da sollen die Chance, die Leute auch die Chance, die jetzt gleich noch die, oder jetzt im Laufe der Woche die Podcast-Folge hören oder auch das Video, die sie anschauen, entsprechend mitzumachen. Wie gesagt, wer das Zeit hat, wer die Antwort kennt und vielleicht auch rund um Hamburg oder Lust auf eine kleine Hamburg-Reise hat, soll dann gerne dran teilnehmen. Schreibt uns reichlich, schreibt uns viel und viel Erfolg, viel Glück beim Gewinnen an der Stelle. Ja. Ich habe noch zwei, lass mich überlegen, zwei, ja, drei Sachen und die Abteilung schamlose Werbung tatsächlich. Lass uns mal die schamlose Werbung tatsächlich direkt mal vorgreifen. Habt ihr denn, ihr habt ja gesagt, Merch stand auf Festivals, ganz klar, habt ihr denn auch sowas wie online-mäßig irgendwie Shop, wo kann man auch Musik kriegen, sich käuflich erwerben, T-Shirts, Merch, alles was dazu gehört. Gibt es da irgendwie was, Möglichkeiten? Jetzt ist eure Chance. Ja, es gibt auf unserer Homepage sloppy-joes.de gibt es das Menü oder den Menüpunkt Shop und dort gibt es tatsächlich alles, was wir haben. Also da gibt es alle unsere Tonträger, unsere Vinyl-LP von Devil's Music, unsere allererste EP, die gibt es wirklich nur noch da im Shop, die ist sonst im Handel komplett vergriffen. Unser Album 8 Reasons to Rock, unsere Live-EP Live in Hamburg, alle Shirts, die wir im Angebot haben, diverse T-Shirts, Patches, Caps, Hoodies, habe ich was vergessen? Das komplette Programm. Also eigentlich alles, was das Herz begehrt und natürlich, wenn ihr bei uns im Shop bestellt, dann bekommt ihr auch immer einen kleinen Goodie dazu. Also es ist nicht so, dass wir es dann einfach stumpf rausschicken, sondern da gibt es noch eine Kleinigkeit on top und das sind wirklich faire, solide Preise, also sloppy-joes.de slash shop, da gibt es alles. Siehste, also da auf jeden Fall mal, da auf jeden Fall auch direkt mal reinschauen, reinhören und da entsprechend kräftig zulangen, weil auch das supportet die Bands ja nach wie vor, wie wir ja wissen. Ergo ist auch Merchverkauf immer noch ein ganz, ganz wichtiges Thema vor Ort und eben auch auf dem Wege, ganz klar. Es ist mega wichtig, also wir sehen es auch bei Festivals und Konzern. Es ist tatsächlich so, ich sage so oft tatsächlich, aber es ist so, dass wir bekommen es ja auch mit, also erstes Argument war Corona-Pandemie-Nachwirkung, zweites Argument war Ukraine-Krieg und drittes Kriterium Energiepreise, viertes Kriterium Lohnsteigerung und wie auch immer. Es ist einfach so, dass die Veranstalter ja finanziell nicht mehr so optimal ausgestattet sind, um Bands horrende Gagen zu bezahlen, also gerade bei diesen kleineren Festivals aufgrund der gestiegenen Kosten. Wir haben auch leider viele Festivals schon mitbeerdigen müssen, die stattgefunden haben und wir quasi das letzte Mal gespielt haben und sie danach nicht mehr stattgefunden haben. Bedeutet, mit anderen Worten, wenn eine Band wie wir auf einem Festival spielt, dann kriegen wir nicht die fetten Gagen dafür. Wir werden gut bezahlt, aber wir kriegen nicht die Megakohle und sind deswegen auch ganz besonders auf diese Merch-Verkäufe angewiesen. Also das ist wirklich eine ganz wichtige Einnahmequelle für uns und ich spreche da tatsächlich auch dann im Namen aller anderen Bands, unserer Grüßenordnung, die live unterwegs sind in ganz Deutschland. Merch zu kaufen ist das Beste, was du machen kannst, um lokale, regionale Rockbands zu unterstützen. Ja. Absolut. Ja, das ist deswegen, ich persönlich bin ich jetzt auf Konzer, also ich persönlich habe auch da leider, oder das heißt leider, leider im Sinne von, weil irgendwann bist du teuer, ein Fable, gerade wenn man auf Festivals, lokalen Festivals unterwegs ist, so dieses lokale Shirt von dem Event ist für mich ein Souvenir. Wenn ich jetzt irgendwo auf einer Tour irgendwo bin oder eben es gibt ein Konzert-Shirt oder sowas, dann kannst du von ausgehen, dass die 20, 25 Euro und danach in meinem Portemonnaie fehlen, weil das für mich halt zum Beispiel auch ein Ding ist, ganz einfach. Aber gleichzeitig, dass es auch noch was ist, um die Bands halt eben auch zu supporten, sollte man halt, natürlich vorausgesetzt natürlich, es geht, nicht jeder hat die Möglichkeiten momentan, das ist alles auch ein bisschen schwierig geworden, das ist so, aber wer kann und wer dann auch entsprechend die Musik feiert, dann kann man sich oder dann soll er sich das auch gönnen oder sie und supportet damit auch den Fortbestand entweder von einem Festival oder eben auch den Interpreten, die da entsprechend spielen. Richtig und unsere Shirts kosten alle 20 Euro, also es sind jetzt keine Iron Maiden Preise von 60, 70 Euro pro Shirt und wir haben letztens und wir verkaufen auch sehr gerne Tonträger, also wir lieben es, unsere LP anzubieten, die kostet auch nur 20 Euro auf Konzerten, da haben wir auch so ein Erlebnis gehabt letztens beim Konzert, kam einer zu Merch, da meinte, ey, total geil, hat mir richtig Spaß gemacht, genau meine Musik, da haben wir gesagt, ja, möchtest du noch einen Tonträger mitnehmen, hier eine signierte LP zum Beispiel, dann sagt er, nee, 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 ich hab euch auf Spotify, total geil und dann ist er gegangen. Das ist etwas, natürlich ist es ein tolles Medium, um Musik zu hören und auch um Reichweite zu generieren und auch andere Hörer auf sich aufmerksam zu machen, aber vom Streaming kann man als Künstler nicht leben, zumindest nicht in der Kategorie, in der wir unterwegs sind. Ja, das ist tatsächlich auch was, das ist so ein Oton, den ich schon diverse Male auch gehört habe. Ich sag mal, es ist alles so ein Vor- und Nachteil irgendwo, ich meine, wie gesagt, aus Künstlersicht schwierig, zumindest nicht großartig, sich dagegen zu finanzieren. Aus Hörer-Sicht natürlich schon irgendwo geil, weil A, praktisch, weil du es, ich sag jetzt mal doof, und ich glaube, das wird jeder irgendwie haben, man hat das auf dem Handy, gerade wenn man im Auto unterwegs ist, weißt du, eben dran, du hast keine tausend CDs mehr im Auto, wenn du überhaupt noch CD-Player im Auto hast, tatsächlich. Da ziehe ich meinen Podcast-Kumpel Sven immer auf, weil der kann nicht mal mehr einen CD-Player im Auto, als Beispiel. So, und es ist natürlich schon nützlich, oder es ist praktisch irgendwo ein Stück weit, auch wenn man mal so ein bisschen durchhört und mal wieder ein bisschen guckt, vielleicht auch mal über was Neues fällt, aber am Ende des Tages, ja, wie gesagt, auf Künstlerseite ist das schwierig, das höre ich von sehr, sehr vielen, oder fast von allen eigentlich tatsächlich. Ja. Wer kann definitiv rangehen. Ich habe noch, ich habe eine Frage, habe ich noch, zum Schluss. Sven, eine Abschlussfrage. Ne, zwei Fragen noch, also zum einen, aus anderen zwei, das ist wie mit den Zugaben live. Siehst du, genau, eigentlich schon Ende, aber noch in den Zugaben. Zum einen eure Traum-Venue, wo würdet ihr immer mal gerne spielen wollen, wenn ihr euch einfach mal wild ins Kraut? Oh, das ist immer eine gute Frage. Oh, das ist echt eine gute Frage. Das Beste kommt zum Schluss. Ja, ja, ich würde gerne in der Barclays Arena spielen, in Hamburg, irgendwie, und in Hamburg haben wir richtig, im Grunde fast alle Clubs durch, aber große Freiheit haben wir noch nicht geschafft. Da hätte ich auch richtig Bock drauf. Genau, was ich mir vorstellen könnte, mal den Stadtpark hier in Hamburg zu spielen. Oh ja, das ist auch cool. Also schon irgendwo lokal noch unterwegs, ne? Also jetzt irgendwie. Ja, das ist, das hat auch damit zu tun, weil das, das ist ja in unserer Biografie verankert, weil wir da selber ja so viele, wir sind ja auch, das muss man ja dazu sagen, wir sind ja selber auch komplette Fans. Also wir sind ja nicht nur Musiker, sondern wir sind, wir brennen ja auch für Bands. Wir brennen ja auch auf Konzerte. Genau. Und da habe ich auf diesen, in diesen Venues einfach so geile Bands gesehen. Und was sind die Erinnerungen, die sich dann einfach in die Synapsen brennen? Und deswegen würden wir es natürlich auch gerne, aber natürlich wollen wir auch in Wacken spielen. Ja. Klar, Sweden Rock wäre auch cool. Stimmt. Vielleicht auch mal. Hellfest. Hellfest. Oder vielleicht auch mal Rock in Rio. Natürlich. Also man darf ja auch träumen können so, ne? Aber wenn wir es realistisch betrachten, ich denke mal so Stadtpark, Barclays und große Freiheit, das ist ja durchaus, das sind dann keine Träume, das sind dann schon Ziele, würde ich sagen. Cool. Ja, klingt auf jeden Fall, also es klingt schon, wie gesagt, bodenstellig lokal, aber doch irgendwie schon mit einem gewissen Blick in eine größere Richtung. Finde ich sehr, sehr cool. Eine Geschichte habe ich noch. Wir hatten vorhin mal das Thema so ein bisschen Großstadt versus so ein bisschen, was hier auch ländlich so passiert, zum Beispiel jetzt hier in der Gegend. Wie nehmt ihr denn generell das Publikum wahr? Also nicht nur die, ob jetzt die Leute teilweise kommen, sondern generell, wenn die da sind, verhält sich das in der City, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, Homebase spielt, wie verhält sich das anders, City versus ländlicher, wie die Leute so drauf sind? Habt ihr da einen Unterschied feststellen können? Na, das ist ein bisschen schwierig so. Also wenn wir natürlich in Hamburg spielen, kommen viele Leute, die uns kennen, das geht natürlich dann ganz gut ab. Aber allgemein ist es natürlich meistens so, dass Leute in großen Städten natürlich ein bisschen verwöhlter sind, weil es ein viel größeres Angebot gibt. Du kannst ja quasi dann, gut, das ändert sich ja auch gerade ein bisschen ins Negative, kannst ja quasi jeden Tag auf ein Konzert gehen, ist jetzt wohl nicht mehr so, aber es war ja mal so, was auf dem ländlichen Raum natürlich nicht so möglich ist. Wenn du da mal in die Stadt fahren willst, musst du ein paar Leuten zusammentun. Und wenn da mal was ist, dann bist du einiges dankbarer für sowas. Und das Gefühl hat man dann schon so ein bisschen, dass die Leute das viel dankbarer aufnehmen, wenn sowas stattfindet, als in so einer großen Stadt, wo fast jede Woche was anderes durch die Stadt zieht. Ja, die sind einfach herzlicher dann, auch nach der Show. Also es ist, da merkst du, die sind dankbar und liebevoll, weil wir ihnen ein schönes Erlebnis bereitet haben, was sie nicht tagtäglich haben irgendwie. Also so kann man das sehen. Faszinierend ist aber auch, also gerade, weil du sagst, ländlich versus Hamburg. Immer wenn wir ländlich irgendwo gespielt haben, also nicht immer, aber häufig ist es tatsächlich so, dass es mindestens eine Person gibt, im ländlichen Rahmen, die dann zu uns kommt und uns erzählt, dass sie uns ganz groß rausbringt. Es ist immer mindestens ein Typen, der kommt und sagt, habt ihr eine Karte, ich bringe mich ganz groß raus. Und dann passiert natürlich danach nie wieder was. Aber das sind dann so die Leute, die dann auch ihre Two Minutes of Fame haben wollen. In dem Moment sind die die krassen Vermittler, die für uns die Welttour klar machen. Oder einer wollte uns bei Dirk Schneider accept, meinte, ich kenne ihn persönlich, ich bringe euch da auf der Tour unter. Nur wieder was gehört. Nur wieder was gehört. Aber für den Moment, für den Moment war er der geile Typ. Und das passiert tatsächlich in ländlichen Gegenden öfter als in der Großstadt. Ja, okay, was soll ich sagen? Das ist natürlich dann schon irgendwie, weiß ich nicht. Das ist irgendwie schwierig. Mittlerweile haben wir uns überlegt, ob wir auch unseren Karten einfach auf der Rückseite den QR-Code draufdrucken. Und wenn man diesen QR-Code scannt, dann erscheint einfach nur, wirklich. Ich kann mal ein Blick. Ja. Haben wir dann doch verworfen. Ach ja. Wer weiß, wenn du dann doch mal aus Versehen erwischst, ne? Ja, ja, ja. Nein, also das ist tatsächlich lustigerweise, auch das ist tatsächlich, da seid ihr nicht die Ersten, von denen ich das schon mal gehört habe, an der Stelle. Ist ja doch, ist ja doch ganz, ganz spannend. Lustigerweise, meine Methode hat am Meer gezogen, so nach dem Motto danach, ey, wir müssen mal ein Interview machen. Das hat bis jetzt immer geklappt. Ja, du machst es ja auch. Richtig. Du machst es ja auch. Das ist, das ist das Schöne, das ist total, total abgefahrener Side-Effekt, wenn tatsächlich, wenn man dann auf lokalen Festivals war, gut, jetzt schnick, schnack, mal mehr involviert, aber auch mal weniger, einfach wirklich begleitend, einfach weil man berichtet und auch da sind die kleinen Festivals auch wieder geil, weil du in der Regel immer am Merch-Stell einmal zum Quatschen hast und wenn du wirklich was hast, was dir gefällt, wieder beim Thema, ey, dann lass uns doch mal quatschen, lass uns doch mal was machen, so lass uns mal eintüten. Aber ja, das funktioniert dann auch, oder das ist dann auch deutlich angenehmer und deutlich besser, als dieses, ich bring das groß raus. Du machst es ja auch ganz, du machst es ganz geschickt, du machst es ja auch ganz geschickt, du postest das ja überall, so dass du gar nicht mehr anders kannst. Also du setzt dich quasi selber unter Druck und musst das Ding dann auch durchziehen. Also das ist dann auch der richtige Ansatz. Nein, ganz ehrlich, ganz ehrlich, das ist aber das Schöne, oder der große Unterschied, wir haben vorhin schon mal das Journalisten-Thema angerissen, das ist ja das Schöne, wenn man es als Hobby aus Eigenantrieb, aus Spaß macht einfach, ist es eine ganz andere Hausnummer. Klar, du musst jetzt nicht generieren, du musst jetzt nicht Gas geben, was das ist, oder du machst es, weil du Bock drauf hast. Wenn es dir nicht hundertprozentig ist, wo du sagst, ja, das möchte ich gerne zum Thema machen, oder eben dann auch die Zeit damit eben dann auch verbringen, dann machst du es nicht. Das ist aber, das ist bei Musik ähnlich. Also wenn es uns keinen Bock bringen würde, würden wir es nicht mehr machen. Also es ist, wenn du es nur machst, um irgendwie Geld zu verdienen, oder nur machst, um irgendwie den Job abzuliefern, dann blendet sich ja automatisch, oder dann verschwindet automatisch die Leidenschaft. Und letztendlich sollte das ja der Bock, den man hat, irgendwas zu tun, das sollte immer bestehen bleiben. Also das finde ich bei der Musik auch extrem wichtig. Auf jeden Fall. Es gibt ja viele Bands, die dann nur noch die Namen haben und die dann einfach nur noch spielen, weil es die Haupteinnahmequelle ist. Und tatsächlich dann, jetzt gibt es ja Bands, da reden die Band wieder gar nicht miteinander. Da wird einfach abgeliefert und das war es. Aber wir haben halt eben noch diese, genau. Das ist halt das Gute, denn wenn du auch Bock hast zu proben, und bei uns ist es so, wir haben auch Bock zu proben, dann ist der Drive halt die ganze Zeit da. Das ist ein Riesenvorteil. Und du hast ja auch Bock viel zu quatschen, deswegen ist bei dir der Drive für die Lava-Allianz da. Ja, das ist bei uns so. Stimmt, das ist auf jeden Fall so. Aber ich würde sagen, ich gucke jetzt mal so ein bisschen auf die Timeline, die Podcast-Zuhörer werden wir langsam mal in das entlassen, was sie sonst noch so vorhaben. In den Endspurt gehen jetzt hier. Genau. Ich sage vielen, vielen lieben Dank, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt. Wir sind auf, ich glaube, Podcast-Länge müsste eine Stunde 45 sein, wenn ich es richtig sehe. Und ich sage vielen, vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Hat mir viel Spaß gemacht. Und uns auch. Liebe Hörer, denkt dran, das Gewinnspiel, eine Woche läuft's. Mal genau zuhören. Zwei Tickets. Zwei Tickets, wer rund um Hamburg oder auch nochmal auf einen kleinen Trip Lust hat, möge sich da entsprechend melden. Und ansonsten, wie gesagt, vielen Dank. Und für den Podcast machen wir jetzt hier den Sack zu. Und liebe Hörer, bis nächste Woche. Bis denn. Macht's gut. Tschüss. Vielen Dank. Ciao. So, und dann haben wir den Podcast einmal abmoderiert, aber wir sind im Studio noch live. Ihr müsst, ihr habt zeitlich jetzt wirklich ein bisschen Stress, ne? Ja, ja, so ein bisschen. Gudi, so lange dann müssen wir zu Ende kommen. Das nützt nichts. Alles cool, kein Thema. Ich habe da noch einen kritischen Auflauf im Ofen. Einen kritischen Auflauf? Wie lange hat der gebraucht? Fast zwei Stunden? Satan. Wunderbar. Dann sage ich, wie gesagt, auch so auf jeden Fall, vielen, vielen Dank. Wie gesagt, hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, den Zuschauern im Stream, war jetzt nicht ganz so viel los, ist unter der Woche manchmal so ein bisschen so eine Sache, aber im Nachgang natürlich auch die VOD-Zuschauer, hoffentlich hat es euch gefallen. Und wir verabschieden uns jetzt aus dem Stream. Noch nicht, zwei noch nicht ganz abhauen, eben noch kurz auf den Wort danach. Liebe Twitch-Zuschauer, wir wünschen euch einen schönen Abend. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Stream. Macht's gut. Tschüss. Grüße aus Hamburg. Vielen Dank. Ciao.